Hey, mein Name ist Dorothea Erber, ich bin Illustratorin aus Landshut und Autorin der Graphic-Novel Come Daybreak. Eine Art Mystery-Reise ins Ungewisse, die ein bisschen zum Denken anregt. Und das hier sind die Comic-Cookies. Viel Spaß! Cookies, Comic-Cookies, lecker! Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Comic-Cookies! Eine September-Ausgabe, die im September kommt, also aufgezeichnet und im besten Fall auch noch released worden ist. Hallo, ich bin der Andi und ich bin quasi sowas wie die Leber und die Niere des Teams, weil ich gern mal einen trinke. Und ich begrüße an meiner Seite jemanden, der ist quasi sowas wie das Gehirn und das Nervensystem, der Verstand des Teams. Moinsen, Andi! Ich war ein bisschen gespannt, wen du damit jetzt meinst. Servus! Okay, wenn du das so sagst, dann nehmen wir das mal so hin. Ebenso mit dabei jemanden, den man quasi als das Herz, die Seele des Teams bezeichnen kann, weil er genau genommen schon am längsten mit dabei ist. Moinsen, Breedstorm! Mahlzeit! Und der vierte Herr hier in der Runde, der ist Augen, Ohren, Hände und alles irgendwie zugleich, weil er überall seine Hände im Spiel hat. Er hat alle Serien, alle Comic-Serien auch vor allem irgendwie schon mal gehört, gesehen und gelesen. Und wenn nicht, dann liegt er gerade auf seinem Lesestapel. Moinsen, Patrick! Prost! Zusammen sind wir ein großer, warmer, glitschiger Haufen Organe, der für euch regelmäßig Comic-Podcasts aufzeichnet. Und genau das erwartet euch jetzt auch, nachdem im letzten Monat aufgrund von Gründen alles ein bisschen länger gedauert hat, ihr dafür aber gleich zwei Ausgaben bekommen habt. Würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal ganz regulär weiter mit unseren Besprechungen und so. und will dem Andi auch erstmal dafür danken, dass er sich mit Lena hingesetzt hat und ein bisschen über Dr., wie heißt er, Dr. Slump gesprochen hat. Geil! War eine ganz besondere Ausgabe, ne? Es war eine große Freude, mit Lena mal wieder aufzunehmen. Wir haben ja bei Das alles mit ihr schon mal aufgenommen und in dieser damaligen Folge kam so die Idee auf, mal zu Dr. Slump was zu machen. Und nachdem ich dann in der Zwischenzeit hier bei den Comic-Cookies mit eingestiegen war, habe ich gedacht, gut, dann verwursten wir das doch gleich hier über diesen Kanal mit. Und ja, also wir hatten riesig Spaß und ich hoffe, das kam bei den HörerInnen auch entsprechend an. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das noch ganz frisch. Wir sind noch gespannt, wie das Feedback aussieht. Das wird wohl noch kommen. Ja und Leute, wir haben hier heute und jetzt für euch auch eine Menge Comic-Reviews wieder am Start und deswegen würde ich einfach mal den Patrick fragen, was er uns heute vorstellen möchte. Ich habe ein Rezensionsexemplar von Neil Gaimans, das Susan-Problem und andere Geschichten. Und von der Witcher Deluxe Edition, den ersten Band. Sehr gut. Andi, wie sieht es bei dir aus? Ich habe heute ein Gruselfilm-Comic-Doppelprogramm dabei. Und zwar einmal den Comic Necromantik zu den Necromantik-Filmen von Jörg Butgereit und den Comic zu Stephen King's Creepshow. Nice. Rezo, was hast du? Ich habe auch ein Doppelpackpack dabei und zwar sind es zwei Biografien. Einmal Jim Morrison, Poetis Chaos von Splitter und einmal Kafka von Reprodukt. Bei mir geht es heute einmal um Snowpiercer, aktuell erschienen bei Egmont. Und dann geht es weiter mit Die Farbe der Dinge von Martin Panschaut. Ja Patrick, du hast heute ein bisschen Zeitdruck, deswegen darfst du anfangen. Oho, also der Dantes-Verlag hat mir mal wieder ein Exemplar aus der Neil Gaiman-Bibliothek geschickt. Das Susan-Problem und andere Geschichten. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung. Zwei Kurzgeschichten und zwei Gedichte steht auf dem Cover. Ich finde eher, es sind drei Kurzgeschichten und ein Gedicht. Die Hälfte davon wurde von P. Craig Russell adaptiert. Den kennt man wahrscheinlich noch aus Hellboy oder von der Neil Gaiman-Adaption auch das Graveyard-Buch. Und in das Susan-Problem geht es eben um Susan von C.S. Lewis' Narnia-Chroniken. Die ist jetzt mittlerweile erwachsen geworden und wurde quasi aus Narnia verstoßen, weil sie einfach so dreist war, erwachsen zu werden. Und ihre anderen Geschwister sind leider irgendwie im Krieg gestorben. Und sie verarbeitet dieses Kriegstrauma, während diese Fantasy-Welt auch recht düster gezeichnet ist. Also P. Craig Russells Stil ist irgendwo zwischen Kitschig, wo dann so eine gewisse Düsternis einkehrt, beziehungsweise mit so düsteren Filtern. Also die Hexe und der Löwe sind schon recht düster und auch das Kriegstrauma wird ziemlich traumatisch verarbeitet. Man sieht hier so ein paar Kriegsschauplätze, sowohl im Fantasy-Bereich als auch im wahren Leben. Und ja, es ist eine schön kleine verkopfte Story, bei der es entweder nicht schadet, wenn man dann am Schluss das Glossar durchliest oder sich die Narnia-Stories durchliest, um ein bisschen was über diese Susan zu erfahren. Weil das Susan-Problem ist dann wirklich, dass sie erwachsen geworden ist. Also quasi die einzige in C.S. Lewis-Büchern, die sich quasi emanzipieren konnte oder eine Reife durchgemacht hat. Und dann haben wir eine Story namens Löckchen, die ist auch von P. Craig Russell gezeichnet worden oder adaptiert worden. Und da geht es um einen der Bären, der quasi die Goldlöckchen-Story, beziehungsweise ja doch die Story seiner Tochter erzählt. Und sie schmückt das aus, also eine Story übers Geschichten erzählen und übers Erwachsenwerden. Und bei Oktober in Sessel haben wir die Jahreszeiten September, Oktober und wie sie nicht alle heißen, die sich Horror-Stories erzählen und quasi versuchen, wie so bei einem Rap-Battle sich zu übertrumpfen. Hat einen recht zynischen Humor und die längste Story, also es sind vier Storys in der Story, also wirklich viele Storys übers Geschichten erzählen. Und die längste handelt von einem Typ namens Wicht, der versucht, einen Platz im Leben zu finden. Und am Schluss haben wir ein Gedicht, da geht es um den leisen Ausklang der Welt, der gar nicht mal so leise ist. Da ist Alien-Invasion, Zombie-Invasion, Götter-Invasion. Es kommt alles zusammen, was man sich denken kann. Und trotzdem klingt die Welt dann irgendwie leise aus. Mhm. Und wie hat es dir jetzt gefallen? Ich fand es recht gut. Teilweise ist es schon ein bisschen nuanciert, dass ich auch zum ersten Mal hier das Glossar durchlesen musste, weil teilweise verwendet der Verweise an Storys aus dem Jahr 1876 oder auch an Mary Poppins. Also wer so die klassische Fantasy mag oder da nicht ganz verhaftet ist, der kann dann sich zumindest im Glossar Abhilfe schaffen. Und das habe ich diesmal komplett durchgelesen, auch wenn ich wirklich viele Verweise kannte. Aber Neil Gaiman ist so quasi der Tarantino unter den Geschichtenerzählern. Der kennt dann halt noch ein paar Storys mehr aus ein paar Jahrhunderten mehr. Ähnlich wie es Tarantino quasi routiniert abspielt und da Details aus anderen Geschichten mit verwebt. Also ich habe so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, Bahnhof verstanden. Weil irgendwie ganz viele Dinge da eine Rolle zu spielen scheinen, die man wohl aus anderen Geschichten kennt und so. Und das klingt jetzt vor allem auch wie was, was ich jetzt nicht mal eben so zum Einstieg für ein bisschen Horror-Fantasy-Gedöns lesen kann. Ist das richtig? Sagen wir es so, das Glossar hat mir recht gut geholfen, aber ich würde beim Einstieg in Neil Gaiman oder in Horror-Anthologien auch andere Dinge erstmal auswählen. Und da haben Andi und ich ja schon quasi unseren Lieblings-Neil Gaimans-Einstiegs-Comic beschrieben. Aber wer schon tief an der Materie drin ist, wer viel von Neil Gaiman gelesen hat, für den sind das kleine Perlen, die er da entdecken kann und mit dem er da auch Spaß hat. Und durch das Glossar fühlt man sich eben nicht ganz verloren und kann das nachlesen, was man nicht verstanden hat. Weil da wird es dann haarklein nochmal aufgedröselt und erklärt, worauf verwiesen wird. Klingt aber auch immer noch ein bisschen Arbeit, ne? Wer sich die Arbeit machen will, der hat damit seinen Spaß, also wenn man sich da rein friemelt. Dann sagen wir, wie sieht es aus mit dem Artwork? Ich habe jetzt ja durch Leseprobe geklickt. Das ist jetzt nett, aber, also naja, nicht mega geil. Aber ich bin da glaube ich auch vielleicht die falsche Zielgruppe für, will ich ehrlich sagen. Wie hat es dir gefallen? Ich fand das Artwork stimmig. Ich habe ja gesagt, das hat erstmal so einen netten, gewöhnlichen Einschlag. Aber da kommt dann im Verlauf der Storys eine gewisse Düsterheit dazu, die das Ganze dann aufrundet. Und wir haben auch Paul Chadwick als Zeichner und Scott Hampton. Und die gewinnen dem auch andere Facetten hinzu. Aber das ist gefühlt eher ein Storyband über Story erzählen. Und das ist so die Story, die Neil Gaiman gefühlt mit am liebsten erzählt. Also über Story erzählen. Okay, cool. Ani, dem Horrorgenre bist du auch alles andere als fremd. Ist das was für dich? Gut, Neil Gaiman ist ja auch einer meiner Lieblingsautoren. Von daher, ich habe das jetzt nicht gelesen. Ich kenne den Band jetzt nicht. P. Craig Russell hat ja einen Haufen so Gaiman-Adaptionen für den Comic gemacht. Also Kurzgeschichten oder Geschichten eben in Comic adaptiert. Das habe ich nicht alles gelesen. Aber an sich, also Gaiman mag ich, P. Craig Russell mag ich auch. Also ich wäre dem nicht abgeneigt. Und so Geschichten übers Geschichten erzählen finde ich auch immer spannend. Kann jetzt natürlich nicht beurteilen, inwiefern die Geschichten auch ohne das Glossar funktionieren. Also wenn eine Geschichte gut erzählt ist, wenn sie also nicht daran scheitert, dass man die Referenzen nicht kennt, dann ist es ja trotzdem eine gute Sache. Und wenn man die Referenzen kennt und erkennt, hat man halt noch eine zweite Ebene mit drin. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie gut es bei diesen Geschichten jetzt ist. Durch schon einen gewissen Mehrwert, aber die Storys funktionieren auch ohne das. Ich habe dann nur durch das Glossar entdeckt, wie viele Verweise mir quasi entgangen sind. Und es gibt mehr oder weniger offensichtliche, wo dann Susan eine unveröffentlichte Story von Mary Poppins liest. Weil dann gibt es halt echt so Details im Hintergrund. Der Schrank von Narnia oder Aslan. Also der hat es bis ins kleinste Detail ausgeschmückt, dass man da auch dann durch das Glossar nochmal einiges entdecken kann. Ja, ich glaube diese Game & Bibliothek, die da bei Dantes erscheint und im Original sind die, glaube ich, alle bei Dark Horse erschienen, ist, glaube ich, schon eine gute Sache. Aber wie gesagt, ich kenne eigentlich wenig bis nichts von diesen Bänden. Und Splitter hat auch einen Band aus der Neil Game & Bibliothek veröffentlicht. Das habe ich beim Account von Nina Lechthoff gesehen. Also es ist nicht nur Dantes Verlag exklusiv, habe ich jetzt mittlerweile mitbekommen. Ich habe da vor gar nicht allzu langer Zeit beim Comic Garden in Erfurt ja auch ganz viel beim Dantes Verlag rumgehangen. Weil, sage ich mal so, die Jungs und ich, wir haben so ein ähnlich gutes Verhältnis zum Bier. Und deswegen haben wir uns da recht gut verstanden, die zwei Tage. Und den Eintakt nicht da war. Und kurzum, die haben auch mal ein paar Anekdoten erzählt zur Rechtevergabe hier von den Neil Gaiman-Geschichten. Wie du da rankommst und welche Agentur das hier in Deutschland vertreibt. Ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich glaube zum einen, dass das halt jedes Mal neu entschieden wird, wer es macht. Und zum anderen ist das auch so, das ist so, glaube ich, sehr mondän alles. Und alles auch ein bisschen, also, da schreibst du ein E-Mail und da kommt dann auch mal drei Wochen später eine Antwort und so. Also, glaube ich, alles ist ziemlich handgemacht und cool. Na gut, wie sieht es aus, Breedstorm? Ist das was für dich? Ja, ähnliches Verhältnis zu Gamen, wie der andere Andi schon gesagt hat. Es ist immer Arbeit, aber gerade, wenn man sich Tiefe in die Materie einlässt, wie es zum Beispiel in Sandman möglich ist, wenn man das in der richtigen Reihenfolge liest, wenn man dazu noch die ein oder andere Spin-Off-Serie liest, ist es einfach sehr erfüllend. Also, ich möchte es mal mit Alan Moore vergleichen. Das liest du auch nicht einfach so auf dem Weg zur Arbeit in der S-Bahn, sondern da musst du dir Zeit für nehmen und du musst intensiv darüber nachdenken, was will er jetzt eigentlich von dir. Und ja, wenn du da die Zielgruppe für bist, ist es hervorragend. Nice, aber in der Collection haben wir jetzt auch einiges vorgestellt. Ist das generell was, was du dir kaufen würdest? Also, ich meine, Pettig hat ja jetzt auch das eine oder andere, wie gesagt, schon hier in der Sendung gehabt und so. Aber so richtig hin und weg warst du, glaube ich, auch noch nicht, oder? Also, ich habe es sträflich vernachlässigt, mich intensiver momentan mit den Sachen da zu beschäftigen. Ich gelobe aber Besserung. Also, da werde ich mir auf jeden Fall noch was holen, wenn ich das einfach super finde, dass es kommt. Für Panini ist einfach wahrscheinlich die Zielgruppe zu klein. Die hatten ja auch schon immer mal Gamen mit dabei. Aber unterm Strich ist es für die einfacher, sie verkaufen wieder Wolverine, wo die tausendste Geschichte zum hundertsten Mal erzählt wird. Und so können wir einen kleinen Verlag unterstützen, der auch was Außergewöhnliches macht. Super. Ja, vielleicht würdest du gleich weitermachen und deinen ersten Comic vorstellen. Ja, wie schon gesagt, ich habe zwei Biografien und zwar auch zwei Biografien, die von Personen handeln, die, ja, Zeit ihres Lebens immer mit Depressionen zu kämpfen hatten. Der erste ist dann Jim Morrison, der Sänger der Doors. Wenn man wie der Bücherei Andi und ich in den 90ern zugange war, hat man wahrscheinlich immer einen gewissen Bezug zu Jim Morrison gehabt, weil es da für mich gefühlt so ein kleines Revival von den Doors gab, weil der einfach sehr gut zu der ganzen Grunge-Geschichte dazu gepasst hat. Ja, also die Stimmung, handgemachte Musik, gerne auch mit Wut, Depressionen verbunden, da waren die Doors immer dabei und ich bin jetzt kein Experte, was die Band betrifft, aber eine Best-of habe ich auch und ich erkenne die Lieder und habe Spaß dran und das war so mein Ausgangspunkt für dieses Comic, was bei Splitter bereits im Jahre 2011 erschienen ist und was ihr euch also sehr leicht breedstormen könnt, zu einem schmalen Preis. Der Comic wurde geschaffen von Frederik Bertogini und Jeff und der Bertogini, der hat schon mehr zu den Doors geschrieben in seinem Leben und ist jetzt so ein kleiner Experte auch dafür und es handelt sich um Schwarz-Weiß-Comic, von dem ich zeichnerisch jetzt schon die ersten Einschränkungen geben muss, dass ich sehr oft den Eindruck hatte, hier wurden Fotos digitalisiert. Also es gibt sehr, sehr viele Passagen in den Comic, die sehen für mich freier gezeichnet aus als andere, die ich schon, was weiß ich, vor 30 Jahren als Poster irgendwo gesehen habe oder als T-Shirt zu bestimmten Personen. Das ist einfach für mich mein erster Kritikpunkt schon an den Comic, ein bisschen mehr Eigeninitiative wäre an manchen Stellen schon schön gewesen. Auch was Gebäude betrifft und sowas, das sind alles Fotos, das merkt man einfach. Also entweder will ich einen Zeichner oder ich will einen Grafiker und hier hat man sich, glaube ich, eher so ein bisschen mehr für den Grafiker entschieden oder es musste sehr schnell gehen. Die Geschichte von den Doors wird hier nacherzählt, beginnend schon mit den Kindheitserlebnissen von Jim Rossen. Also er war Zeuge eines Unfalls in seiner Kindheit, wo er dazu kam, wo Indianer starben und seitdem hat er sich für einen indianischen Schamanen gehalten. Oder wir können natürlich auch sagen, Native American, denkt euch das da gerne dazu. Ich glaube aber, die Botschaft kommt mit, Schamane kommt so sehr weit rüber und auch in seinem späteren Werk merkt er ja, dass er sehr, sehr auf Traumebene oftmals hinausläuft, was in seinen Songtexten war. Und diese Songtexte, die von den klassischen Liedern, die man so kennt, also sei es Light My Fire oder das mit der Whisky Bar oder so, das wird hier alles aufgenommen und zitiert. Und das sind dann auch gerne die Punkte, wo du so durchgepauste Poster quasi auch am Start hast. Und das ist mir da ein bisschen übel aufgestoßen. Ich hätte jetzt mir erwartet, ein bisschen mehr aus dem Leben zu rauszubekommen. Das wird immer so mit zeitlichem Versatz so ein bisschen berichtet. Und natürlich ist es, glaube ich, für jemanden, der ein richtig harter Fan ist, der wird hier vieles wiedererkennen. Das war jetzt bei mir nicht so der Fall, weil ich mich, klar, die Lieder kenne ich, aber ich habe jetzt nicht überlegt, was hat er 1968 gemacht und 1969. Und als er in Miami gefragt hat, ob sie seinen, wie sagt man, Penis sehen möchten von der Bühne runter und einen Eklat darüber gab, das wusste ich vorher auch nicht. Deswegen war es für mich ein bisschen schwer, das Ganze aufzunehmen. Ich würde es sicherlich Fans empfehlen, aber wenn man einfach mal was zu Jim Morrison lesen will, ist es doch, glaube ich, harter Tobak, wenn man sich damit nur bedingt auskennt mit seinem Leben. Also wir wissen, er ist dann 1971 in Paris verstorben, Drogen waren im Spiel, man hat ihn deswegen nicht obduziert, aber wie bei jedem großen Star, der stirbt, genau wie bei Elvis ranken sich ja da Legenden darum, wie er jetzt wirklich gestorben ist. Und hat ihn jemand vergiftet oder was ist da genau passiert oder war es doch die Dame, die dabei war? Und ja, also die Mischung hat mich einfach nicht überzeugt, die dieser Band mir hier geliefert hat. Es war zu sehr auf Optik und auf das Zitieren von Songtexten gerichtet, um weniger auf eine durchgehende Biografie, wie ich sie in diesem Moment einfach erwartet hätte. Ansonsten handwerklich, ich meine, es ist von Splitter, da gibt es nichts zu sagen, es ist kein großformatiger Band, sondern so im Splitter-Buchs-Format mit Schutzumschlag und so ist alles super schön. Und es wird mein Regal zieren, aber für jemanden, der vielleicht erst mit Doors anfängst, wenig davon gehört hat, der wird wahrscheinlich sehr, sehr wenig Freude da dran haben. Daran kranken aber echt voll viele Biografien, oder? Also, dass sie letztlich mehr so Stationen abklappern, zwanghaft Songtexte einbauen. Aber das ist ja letztlich auch genau die Kritik, die man zum einen an der David Bowie-Geschichte hatte, die vor kurzem irgendwo rausgekommen ist. Die war ja einfach nur bunt, aber hatte sonst nicht viel zu erzählen. Vor allem war das wirklich Durchpausen von Albencovern und einfach nur abgrasende, ikonischsten Momente, ohne dem Ganzen allzu viel Tiefgang zu verleihen. Also, da habe ich auch gedacht, soll ich das lieber dem Leger Legende verkaufen? Also, ich kann, ich wurde damit auch nicht warm. Ja, und meine Beatles-Dings-Geschichte vom letzten Mal war ja auch mehr so stationär Dinge abklappern und keine Geschichte erzählen. Und dazwischen hat man das Ganze dann nochmal in Textform gepackt. Also, sei es drum, das ist irgendwie, glaube ich, so eine Krankheit von diesen Büchern, dass sie so gar nicht irgendwie was zu erzählen haben. Also, ich weiß nicht, hat jemand von euch diese Johnny Cash-Biografie gelesen vom Holger, nicht Holger Klein, warte, wie heißt der? Ja, Kleist. Kleist, danke schön. Reinhard Kleist, die habe ich auch gelesen, ja. War das da auch so? Man hat sich da ein bisschen mehr auch an Songtexten entlang gehangelt und hat eine bestimmte Station in seinem Leben quasi gezeigt. Und das wirkte organischer, vor allem auch mit Reinhard Klaas Schwarz-Weiß-Spielereien. Also, bisher von den Comic-Biografien, so mit einer der besseren Sachen, die ich gelesen habe, aber da ist halt auch die Messlatte nicht allzu hoch, wie wir mittlerweile schon festgestellt haben. Kleist hat auf jeden Fall einfach nicht den Fehler gemacht, das ganze Leben erzählen zu wollen, sondern hat sich halt auf einen Ausschnitt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt konzentriert und das Ganze dann noch ein bisschen verwoben. Also, im Endeffekt, das war Zufall, er hat sich eigentlich auf die Zeit konzentriert, wie es der Film auch getan hat. Das ist ja ungefähr zur gleichen Zeit entstanden, Film und Comic, also unabhängig voneinander. Reinhard Kleist wusste das auch nicht, dass dieser Film entsteht, während er den Comic zeichnet. Und halt, ja, dieses Gefängniskonzert da quasi so als Höhepunkt hingenommen, wo nach dann Johnny Cash so seine nächste Karrierestufe dann nochmal so gestartet hat. Was Kleist in dem Comic dann noch macht, was der Film nicht macht, ist, dass er dann auch noch so den späten, den 90er Jahre, 2000er Jahre Johnny Cash noch mit einwebt. Also so diese letzte Stufe in der Johnny Cash Karriere, wenn er mit Rick Rubin zusammen dann diese späten Alben macht, die American Recordings. Und dann, wie gesagt, was Patrick auch gesagt hat, zeichnerisch ist Kleist da halt einfach auch top. Also er paust halt nicht irgendwelche Sachen durch. Also klar, auch hier so ein bisschen bestimmte Stationen werden natürlich abgearbeitet in der Biografie von Johnny Cash. Wenn man irgendwie die Autobiografie von Johnny Cash gelesen hat, merkt man natürlich auch, welche Stationen da auch wichtig waren. Aber Kleist, wie gesagt, zieht sich halt einen bestimmten Zeitpunkt raus und erzählt den und macht dann diese Runde zum späten Johnny Cash. Und dadurch wirkt das Ganze dann eben schon sehr viel eleganter als so wirklich dieses, okay, ich habe jetzt auf einer Seite eine Anekdote erzählt und jetzt muss ich schnell springen, damit ich noch das nächste unterbringe auf der nächsten Seite. Und ja, das und das dann vielleicht auch noch in keiner schönen Gestaltung, dann ist das nicht besonders attraktiv. Was man jetzt noch dazu sagen muss, ist, dass Reinhard Kleist halt echt routiniert ist, Comicbiografien zu inszenieren. Also hat er da schon mal einen ziemlichen Pluspunkt. Gut, mit Cash war das natürlich der Anfang. Also da war er noch nicht routiniert mit Comicbiografien. Das war ja so die erste große, die er da gemacht hat. Aber mittlerweile, ist klar, hat er natürlich einen Haufen gemacht. Nice. Bist du eigentlich Fan von Jim Morrison und den Dors gewesen, Breed Zone? Also aktuell vielleicht auch? Keine Ahnung. Also Fan ist zu weit gegriffen, aber es gibt sehr, sehr viele Lieder, die ich rauf und runter gehört habe eine Zeit lang. Aber Fan ist, glaube ich, noch eine Stufe höher. Ich mag das Werk und das Best-of, was er hinterlassen hat. Ich bin ja großer Fan von den Comicbesprechungen von Andi und würde ihn deshalb jetzt bitten, da eine zu droppen. Das ist so sehr Übergänge. Captain Überleitung. Also. Okay, also wie gesagt, ich habe zwei Grusel-Comics dabei, die zu Gruselfilmen gehören oder auf Gruselfilmen basieren. Und da fange ich mal an mit Necromantik. Der Comic ist bei Weißblech erschienen und zwar schon im Jahr 2016. Der Text ist von Jörg Butgereit und Martin Trafford oder Trafford. Und die Zeichnungen sind von Martin Trafford. Das Cover ist von Rainer F. Engel. Das sage ich mit dazu, weil Rainer F. Engel macht häufiger so für Weißblech oder teilt sich auch mit Weißblech gerne einen Stand auf Comicslog in Erlangen. Und der ist ja so einer der deutschen Illustratoren, gerade wenn es um so Oldschool-Horror-Sachen geht. Und deswegen entsprechend auch hier das Cover für diesen Necromantik-Comic, das auch angelehnt ist an ein altes Cover einer alten Ausgabe der Weird Mysteries Comics. Das Ganze kommt also so von der Verpackung ein bisschen daher, wie ein alter US-amerikanischer Horror-Comic, so aus den 50er Jahren vielleicht. Und die Geschichte an sich ist eine Fortsetzung der Filme von Jörg Butgereit. Es gibt zwei Necromantik-Filme. Der erste ist von 1987, der zweite ist von 1991, Necromantik 1 und 2. Necromantik 2 trägt dann noch den Beititel Die Nacht der liebenden Toten. Der Titel Necromantik kommt eben daher, dass es um Liebe zu Leichen geht. Die Filme haben Riesenaufruhr verursacht, als sie damals rauskamen. Natürlich Independent-Produktionen. Der erste Teil wurde beschlagnahmt. Damals die Vorführerin, ich glaube in einem Münchner Kino war es, wurde die Vorführerin dann auch angeklagt etc. Also die Necromantik-Filme haben in der deutschen Zensurgeschichte einen ehrenwerten Platz errungen. Jörg Butgereit selber ist einer der nettesten und mildesten Typen, die ich jemals kennenlernen durfte. Also wenn man die Filme mal gesehen hat, ich habe nur den ersten gesehen, den zweiten habe ich nicht gesehen und das ist auch schon lange her, dass ich den ersten gesehen habe. Aber wie das häufig so ist mit so Horrorfilmen, wenn man sich die Filme anschaut, erwartet man nicht immer zwingend, dass dahinter die nettesten Menschen der Welt stehen. Und wenn gerade eben so diese Thematik, die auch entsprechend mit einem gewissen Ekel inszeniert ist, dass dann dahinter eben so ein netter Typ steht, kommt man vielleicht erstmal nicht so zwingend drauf. Ich habe in Erlangen früher als Filmvorführer gearbeitet und in dem Kino, wo ich gearbeitet habe, gab es das Weekend of Fear. Also quasi so eine Independent-Ausgabe, sowas ähnliches wie das Fantasy-Filmfest, nur eben so in Independent. Und in dem einen Jahr hatten wir eben auch Jörg Butgereit zu Gast, haben irgendwie Filmen, Hörspiel und noch eine Trailershow von ihm gezeigt und so. Also super netter Typ und macht natürlich bei Weißblech auch die Captain Berlin Comics. Captain Berlin war tatsächlich das Hörspiel, das wir damals beim Weekend of Fear auch gespielt haben. Von daher, als der Necromantik-Comic rauskam, dachte ich mir, super, muss ich mir natürlich holen, weil ich Jörg Butgereit einfach so gerne mag. Der war jetzt vor kurzem auch bei Hella von Sinnen im Comic-Talk in einer Episode als Gast mit dabei. Und Martin Trafford kenne ich, glaube ich, hauptsächlich so von Instagram oder so, ich weiß gar nicht auch, vielleicht auch irgendwie aus diesem Butgereit-Zirkel, bin mir nicht sicher. Der hat früher für Butgereit auch schon T-Shirt-Designs und solche Geschichten gemacht. Und der wiederum hatte schon 2011 Jörg Butgereit angesprochen, das ist ein englischer Zeichner, der in Australien lebt. Hatte Butgereit angesprochen, wie es wäre, eine Fortsetzung zu Necromantik, beziehungsweise zu Necromantik 2, also in gewisser Weise ein Necromantik 3 als Comic zu machen. Und hatte da auch schon mal so zwei Seiten gezeichnet. Und dann hat Butgereit, fand das an sich gut, aber dann haben sie erstmal zusammen für Captain Berlin irgendwie eine Geschichte gemacht und so. Und dann hat sich das ein bisschen hingezogen und 2016 kam dann dieser Comic also raus. Es ist stark inspiriert von der Geschichte von Ed Gein. Ed Gein war so die reale Vorlage für Filme wie Psycho und The Texas Chainsaw Massacre, also ein Mörder, der Leichen ausgebuddelt hat und gehäutet hat und wilde Sachen gemacht hat. Jörg Butgereit hat ein Theaterstück über Ed Gein geschrieben und inszeniert, also tief in dem Thema drin. Da gab es mal so eine Textsammlung speziell zu Ed Gein, da hatte Bert Butgereit auch einen Text mit drin. Das Buch hatte ich mal. Und Necromantik, der Comic, der auch den Titel Son of Necromantik trägt, spielt mit diesen Motiven der Ed Gein-Geschichte. Es geht um den jungen Mann Eddie, der bei seiner Mutter wohnt. Und Eddie arbeitet nebenbei auf einem Friedhof dort, so als, ja, hebt Gräber aus und aber klaut dort Leichen und Leichenteile und verschärbelt die übers Internet. Eddie hat eine Freundin, die er vor seiner Mutter noch geheim hält. Und dann passieren natürlich wilde Sich-Sachen, wie man sich das vorstellen kann, wenn Menschen Leichen ausgraben. Das bleibt nicht unentdeckt. Und dann gibt es ein paar Twists in der Geschichte, die ich jetzt hier auch nicht vorwegnehmen will. Das Ganze ist in schwarz-weiß gestaltet. Das ist ein, ja, so ein Album-Format, würde ich sagen, aber ein getackertes Heft. Aber eben in einem größeren Format. Martin Toffert hat einen Stil, den mir sehr gut gefällt. Der ist sehr flächig, hat viel Schwarz, viel Tinte auf der Seite, aber sehr klar auch trotzdem. Also es ist nicht krakelig, sondern ein recht dicker Strich. Das finde ich sehr gut, wenn es auch übersichtlich bleibt. Von der Geschichte her, ja, passt zu den Necromantik-Filmen, passt zu der ganzen Ed Gein-Geschichte. Wenn man die Frage stellt, wie gut versteht man die Geschichte, wenn man die Filme nicht gesehen hat. Also die Filme sind mittlerweile erhältlich, kann man auf Blu-ray kaufen. Ich glaube, die kosten ein paar Mark, weil die Auflage nicht so hoch ist bei diesen Sonderspezialfilmen dann immer. Aber an sich, sie sind nicht mehr wie früher nur als VHS-Raubkopien irgendwie zu kriegen Anfang der 90er Jahre, sondern man kann sie mittlerweile kaufen. Aber wenn man die Filme nicht gesehen hat, also man kann die Geschichte trotzdem verstehen. Ich habe jetzt im Nachhinein nochmal auf Wikipedia die beiden Kurzzusammenfassungen der Handlungen der Filme durchgelesen. Da sind dann auch nochmal ein paar Sachen klar geworden, beziehungsweise im Comic ist hinten ein mehrseitiges Interview mit Martin Trafford drin, wo er dann auch nochmal so die Entstehungsgeschichte des Comics erklärt und auch nochmal so die Verweise und Referenzen an die Filme. Also was aus den Filmen dann auch in den Comic noch übergewandert ist und inwiefern dieser Comic dann tatsächlich auch die Fortsetzung von Necromantik 2 ist. Also das ist sicherlich kein Comic für jeden und jede, die sich für Comics interessieren. Muss man vielleicht schon ein bisschen in Bezug zum einen zu so klassischem Horrorcomic haben. Oder natürlich, wenn man Jörg Butgereit und die Necromantik-Filme kennt, schrägstrich mag, dann ist man natürlich die Zielgruppe für den Comic. Wie gesagt, Jörg Butgereit hat bei Weißblech ja ein paar Sachen rausgebracht, hauptsächlich die Captain Berlin-Sachen. Und wenn man über den Zugang irgendwie zu Butgereit kommt oder auch natürlich so die anderen Horrorcomics von Weißblech liest, Horrorschocker etc., die ich jetzt auch nicht wirklich kenne, mal eins in der Hand gehabt oder so. Aber dann kommt man wahrscheinlich auch bei Necromantik gut zurecht. Ja, also von daher, das wäre so die Empfehlung meinerseits, wenn man Jörg Butgereit oder Weißblech-Horrorcomics mag, dann kann man sich auch gut bei Necromantik mal bedienen. Ja. Der Comic ist, ja, also naja, also der Vorteil vom Schwarz-Weiß-Comic ist natürlich schon mal, Blut und Schleim und Gegröße und alles fällt nicht so schwer aus, wie es jetzt in einem Film der Fall wäre. Natürlich sind da Körperteile zu sehen in verschiedenen Stufen der Verwesung oder auch in verschiedenen Formen des Nicht-mehr-Zusammenhängens, also halbe Köpfe und solche Geschichten. Ja klar, also das ist da schon drin, aber es ist jetzt nicht in einem Maße, wo ich sagen würde, dass das übermäßig eklig ist. Also diese flächige Schwarz-Weiß-Zeichnungen finde ich schon, dass das noch sehr erträglich alles ist. Also wie gesagt, das Blut ist dann eben auch einfach nur schwarz und nicht rot. Also das nimmt dem Ganzen dann schon den Ekel in deutlichem Maße, würde ich sagen. Ich würde sogar sagen, dass so das, was damals skandalträchtig war, das ist heutzutage bei Weitem nicht mehr so, sonst wäre es nicht mehr, sonst wäre es noch auf dem Index. Es ist halt ein Kind der 80er und so muss man das auch sehen. Das hat so ein paar Ekeleffekte, aber mittlerweile haben wir mit Human Centipede und Serbian Movie wirklich Filme, die deutlich mehr an die Nerven gehen oder an die Substanz, wo ich sage, nee, das ist auch Horror, wo ich keinen Bock mehr drauf habe. Aber diesen Skandal kann ich im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen, entweder weil ich abgestumpft bin, weil ich einiges an Horror gesehen habe und weil es wirklich ein Kind der 80er ist. Ich habe den Comic damals auch auf der Comic-Con Frankfurt 2018 gekauft, wo ich dann in unseren ersten Comic-Cookies-Podcast gestolpert bin und da stand Rainer Engel am Stand, habe mit dem gut geplaudert. Also ich fand den Comic cool. Jeder, der bei dem Gratis-Comic-Tag Comics da diese Weißblech-Horror-Schocker und so mitgenommen hat, der könnte auch seine Freude haben oder jeder, der Geschichten aus der Gruft mag, da wurde es ja auch teilweise so in dem Maß explizit. Aber das Schwarz-Weiß, das federt es echt ein bisschen ab und überlässt dann vieles der kranken Fantasie der Leser. Das ist bei weitem nicht mehr so übel, wie es damals war. Die Mann hat Leatherface, Hannibal Lecter und noch einige andere klassische Serienkiller inspiriert. Ja geil, das Ding ist ja auch relativ günstig. Das ist ja so ein Mitnehmen-Ding eigentlich von Messen und so. Also da kenne ich jetzt auch das, was da beim Rainer immer rumliegt. Und ich bin generell, es ist ja auch ein ganz interessantes, faszinierendes Portfolio, was die da bei den Weißblech-Comics so am Start haben. Und naja, so viel kann man vielleicht mal teasen. Unter Umständen erfahren wir da demnächst hier bei den Comic-Cookies ein bisschen mehr drüber. Bridsome, du hast hier bestimmt auch schon zu Hause liegen, oder? Nein. Ich kenne auch den Film tatsächlich nicht. Tut mir leid. Sehr geil. Dann bin ich dran. Juhu. Ich möchte reden über ein Comic namens Snowpiercer. Und das habe ich schon mal getan. Normalerweise rede ich nicht doppelt über Comics. Aber ich habe das für den Comic-Talk, den der Andi eben gerade angesprochen hatte, für so ein Kurzreview, das sie auf ihren Plattformen überall austeilen, besprechen dürfen. Und so viel Disclaimer auch, da gibt es auch ein paar Euro für. Aber ich darf mich trotzdem auch negativ äußern. Muss also nicht grundsätzlich nur positiv drüber sprechen. Und das läuft dann immer so ab, dass du den Comic kriegst. In dem Fall eben auch vorab digital. Hab den dann gelesen im Urlaub, weil ich da sowieso nichts Besseres zu tun hatte. Und hab dann da einen Text zugeschrieben. Und das Ganze soll immer so zwei bis drei Minuten lang sein. Und mein Text war offensichtlich zu lang, wurde also noch ein bisschen runtergekürzt. Ich habe ihn eingesprochen, jetzt könnt ihr euch das Video da angucken. Aber meines persönlichen Erachtens nach wurden da Dinge aus dem Text rausgestrichen, die ich für essentiell halte. Und gerade weil ich den Comic insgesamt nicht für annähernd so gut halte, wie das, was letztlich in dieser Review rauskommt, wollte ich das hier nochmal für euch ein bisschen genauer besprechen. Ganz aktuell erscheint eben eine Neuauflage von Snowpiercer. Das ist auch genau genommen, sind das die ersten drei Bände einer Reihe. Und diese Reihe, die war ursprünglich natürlich nicht als Reihe gedacht, sondern lief unter dem Titel Les Transpersineses 1982 und wurde von Jacques Loeb oder so und Jean-Marc Rochette ursprünglich ins Leben gerufen und erstellt. Also der Loeb war halt der Autor und Rochette hat das ganze Ding dann gezeichnet. Und das war halt so der erste Teil. Dieses erste Buch, das heißt auch auf Deutsch irgendwie, wenn man so will, Kapitel Der Entflohene. Und da geht es letztlich um einen Proloff und seine, wenn man so will, Bekanntschaft, die er dann macht, Adeline. Und diese beiden sind zusammen mit so, keine Ahnung, wenigen hundert, vielleicht auch wenigen tausend, sagen wir mal eher wenigen hundert, der letzten Menschen in einem Zug. Man muss das Ganze ein bisschen einordnen. Wer Snowpiercer kennt, der hat vielleicht schon mal davon gehört, weil das Ganze auch als Serie und Film umgesetzt worden ist. Auf Netflix gibt es bereits eine dritte Staffel und das Setting ist relativ easy. Der Klimawandel hat die Menschheit genau wie auch jetzt irgendwie völlig überrumpelt, war total unvorhersehbar. Und die haben dann mit irgendwelchen Chemikalien, irgendwelchen Bomben war es, glaube ich, letztlich so eine Art Gegenmaßnahme gegen die Erwärmung der Welt geschaffen oder machen wollen. Und letztlich kam es dann zur großen Eiszeit, zur künstlich geschaffenen Eiszeit. Die komplette Welt ist absolut vereist. Es schneit ständig. Wir haben viele Minusgrade. Und es ist eine absolut unwirkliche, unschöne Situation da draußen. Und eine gewisse Anzahl an Menschen eben hat sich jetzt in den sogenannten Snowpiercer zurückgezogen. Das ist ein über 1000, ich glaube, 1001 Waggon langer Zug, der auf den Schienen, ehemaligen Schienen dieser unserer Welt fährt. Und der braucht nicht viel. Der ist so ein bisschen wie ein Perpetuum mobile angetrieben. Und da braucht der zum Beispiel auch keine Kohle oder sowas oder Strom. Der fährt einfach, das muss man jetzt mal hinnehmen. Und in diesen 1001 Waggons, da gibt es ganz viele verschiedenste Waggons. Nicht nur Waggons zum Schlafen und eben auch so ein Speiseteil. Nein, da gibt es auch Bereiche für Nahrungsmittelproduktion, für Unterhaltung, Wasseraufarbeitung, für aber auch religiöse Gruppen, für militärischen Apparat, für die Administration. Und ganz hinten, ganz, ganz hinten, da sind noch wie so Schweinewaggons noch dran gehangen, nur dass da eben keine Schweine wohnen. Sondern da kurzfristig noch, wenn man so will, weitere Überlebende reingepfercht wurden und Menschen, die dann unter widrigsten Bedingungen da hinten in diesen Zug hausen. Dieser Zug fährt und fährt und fährt und würde er nicht mehr fahren, dann würden alle in dem Zug sterben, weil draußen halt kalt ist und irgendwie das Fahren quasi wichtig ist, um neue Energie zu produzieren, damit er überhaupt wieder weiterfahren kann. Wie gesagt, Perpetuum mobile. Ja, und dann sieht es einfach so aus, dass wir Polov folgen. Polov ist einer dieser Personen hinten aus dem letzten Abteil und der lernt dann relativ schnell diese Aktivistin kennen, diese Adeline. Und die beiden begeben sich auf eine recht beschwerliche Reise nach ganz vorne, in die vordersten Waggons, gleich hinter der Lokomotive, der heiligen Loko, die alles antreibt. Und es ist so ein bisschen halt eine dystopische Geschichte, die den Weg, dieses Abenteuer zeigt und die Erlebnisse von diesen beiden vor eben zur Lokomotive. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, möchte aber auf jeden Fall darauf hinweisen, dass es hier schon gravierende Unterschiede gibt zum Film von Bong Joong-ho. Der hat ein ganz anderes Ende. Es werden eigentlich nur so Facetten aus dem Comic genommen und in den Film reingestreut. Und letztlich ist da halt so, das ist wirklich komplett was anderes inhaltlich. Bis auf dieses Zugsetting gibt es eigentlich nicht sonderlich viele Parallelen. Und dann gibt es noch Band 2 und 3, die wiederum bauen aufeinander auf. Band 2 heißt der Landvermesser und Band 3 die Überquerung. Und hier folgen wir letztlich einem Puke. Puke ist, also Landvermesser selbst, das sind Menschen, die wohl rausgehen, also aus diesem Zug, der scheinbar schon auch doch mal gelegentlich dann scheinbar irgendwie hält. Und dann werden da letztlich draußen so Dinge eingesammelt aus Museen, irgendwie tolle Kunst für die Reichen an Bord, für diejenigen, die das Geld haben, sich Dinge zu leisten. Aber auch ein bisschen, um zu gucken, okay, ist da vorne, wo wir langfahren wollen, über diese Brücke, wo unsere Schiene jetzt liegt, ist da eigentlich noch eine Brücke im Laufe der letzten Jahre? Oder ist die eigentlich kaputt? All das sind Dinge, die so Landvermesser rausbekommen sollen. Und auch der hat dann noch, wenn man so will, Dame, die irgendwie in seiner Geschichte eine Rolle spielt, die Val. Val ist die Tochter des großen Chefs, des sogenannten Ratsherren an Bord. Und die beiden erleben hier eben auch eine Geschichte im, wie gesagt, Band 2, der Landvermesser, und Band 3, die Überquerung. Diese zwei Bände stammen aus einer anderen Feder, sind aber vom selben Zeichner. Ja, also der Zeichner ist hier das verbindende Element, weil der Lob, der ursprüngliche Autor, war gestorben. Und deswegen ist hier Benjamin Lagrange derjenige, der hier als Autor unterwegs war. Aber auch hier will ich nicht zu sehr auf die Details eingehen. Band 2 und 3 sind Fortsetzungsgeschichten. Inwiefern die zu Band 1 in Verbindung stehen, möchte ich jetzt hier nicht vorwegnehmen, ob das überhaupt der Fall ist oder so. Das kriegt man besser selber raus. Es ist ein spannender Teil, der so das Gesamtbild, diese ganze Welt überhaupt so ein bisschen erläutert. Und, ja, worum geht's hier? Also letztlich ist das alles sehr dystopisch und spricht mich deswegen schon ganz gut an. Aber es gibt auch eine Menge Dinge, die mir mega auf den Keks gingen und weshalb mein Insgesamtfazit nicht mehr so positiv ausfällt, wie es vielleicht in der Review beim Comic-Talk klang. Also ich finde, es werden ein paar handwerkliche Schnitzer gemacht und wo das verbindende Element hier jetzt nicht der Autor ist, sondern eben der Zeichner, gehe ich davon aus, dass ihm das zu verdanken ist. Du hast in allen drei Bänden Situationen, wo aufeinanderfolgende Panel irgendwie so wirken, als wäre zwischen den Panelen noch irgendwas passiert, als wäre das kein flüssiger Erzählstil. Um das jetzt mal ein bisschen kryptisch zu formulieren, du hast im ersten Panel zwei Menschen zusammensitzen, die sich unterhalten und eine Idee haben. In, also quasi Person A, eine Idee-Pitch, so müssten wir das jetzt anstellen, damit es irgendwie weitergeht. Im zweiten Panel reagiert dann schon, nach wirklich exakt einem Satz, die andere Person auf eben diesen Satz. Also so, als ob irgendwie schon ein längerer Dialog stattgefunden hätte. Dabei sitzen die immer noch am selben Tisch. Im dritten Panel sind beide schon aufgestanden und irgendwie schon auf dem Weg raus, um diese Situation oder die Idee umzusetzen. Aber dabei müsste doch eigentlich erstmal noch diese Diskussion darüber stattfinden. Ja, und im Panel 4 ist dann irgendwie schon so das Ganze irgendwie umgesetzt und es ist quasi schon geschehen und wir müssen jetzt schon mit den Konsequenzen rechnen. Und das alles, obwohl das jetzt in dem besonderen Fall, der mir da gerade jetzt vorschwebt, alles im Speisewaggon stattfindet. Innerhalb weniger Minuten wirken, als ob da ganz viele Dinge, wie gesagt, abgehandelt worden sind, es wirkt super sprunghaft. Und ich könnte mir vorstellen, dass das im Skript, das ursprünglich existierte, durchaus schlüssig wirkte, aber dann in der Umsetzung der Panels irgendwie ein bisschen unrund. Und das fiel mir wirklich mehrfach auf, über alle drei Bände hinweg, die ja auch über mehrere Jahre hinweg erschienen sind. Die gab es ja nicht alle am Stück. Und das würde ich wohl dann in dem Fall dem Zeichner zuordnen. Das fand ich ganz, ganz besonders irgendwie schwierig. Ebenso schwierig sind letztlich alle Liebesgeschichten. Ich habe ja gemeint, dass beide Protagonisten immer auch eine Dame am Start haben. In der ersten Geschichte ist diese Aktivistin auch eher noch ein größerer Teil. Im Gegensatz zu den Band 2 und Band 3, da ist die Val, die Tochter dieses Ratsherren, irgendwie ja auch so, ja, sie ist auch da und sie hat auch was zu tun, aber sie wirkt irgendwie so wie, ja, muss halt auch eine Frau dabei sein. Und kurzum, das ist auch irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Also du hast hier eine Geschichte, es gibt einen Mann und es gibt eine Frau und irgendwie sind am Ende beide zusammen. Weil das muss so sein, weil es sind ja Mann und Frau. Das ist irgendwie ein bisschen stumpf und ein bisschen einseitig und irgendwie auch ein bisschen langweilig. Hätten die nicht einfach nur gute Freunde sein können, hätten die nicht einfach nur gemeinsam ein Abenteuer erleben müssen, muss es immer gleich die große epische Liebe sein. Und das in beiden Geschichten fand ich nicht so geil. Und das sind Sachen, die mir halt eben aufgefallen sind. Generell muss ich mich auch mal fragen, warum der Comic gerade jetzt erscheint. Das ist ein Comic, der hat wie gesagt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und da frage ich mich irgendwie, die dritte Staffel von der Netflix-Serie läuft jetzt demnächst an. Ist das ein Grund, den Comic jetzt zu veröffentlichen? Oder hätte man das eigentlich machen müssen, als vor zwei Jahren die erste Staffel gestartet ist? Wäre das nicht irgendwie sinnvoll gewesen? Keine Ahnung, fand ich alles ein bisschen schräg. Im Gegensatz zum Artwork, das hat mir grundsätzlich sehr gut gefallen. Das ist ein düsteres Schwarz-Weiß-Artwork. Es gibt hier auch im Anhang ganz interessante Zeichnungen, die entstanden sind im Zusammenhang mit dem Film und mit der Serie. Das ist alles ganz dystopisch und ganz interessant, weil zum Beispiel auch Kannibalismus hier eine Rolle spielt. Zumindest wird es angedeutet. Das war ganz cool. Generell auch, wie so die einzelnen Waggons umgesetzt werden. Also Nahrungsmittelproduktion in so einem Zug. Wie kann die aussehen? Da will ich nicht zu sehr ins Detail gehen. Sie wird anders umgesetzt als im Film, den ich wie gesagt kenne. Die Serie kenne ich gar nicht so genau. Soll relativ anders sein, relativ detektivmäßig irgendwie. Das ist im Comic so auch nicht drin. Und ja, da sind also viele interessante Ideen drin, von denen ich glaube, dass die vielleicht punktuell in den Film- und Serienumlagen vielleicht gesetzt worden sind, genutzt wurden. Aber ja, das ist halt optisch, das ist verhältnismäßig ansprechend. Dann finde ich auch das Lettering. Darauf achte ich ja im Gegensatz, also meistens nicht so im Gegensatz zum Andi, aber gerade so im ersten Band ist es echt so. Vielleicht liegt es an der digitalen Ausgabe, die ich hier zur Verfügung gestellt bekommen habe. Vielleicht war das noch eine Vorab-Version, keine Ahnung. Aber es gibt so Sprechblasen, in denen sind die Worte verhältnismäßig groß, ohne dass es dafür meines Erachtens einen Grund gibt. Und es gibt Sprechblasen, da wirkt es verhältnismäßig gequetscht. Und da frage ich mich auch, ob es da nicht eine sauberere Lösung gegeben hätte. Weil das ist so ein bisschen, das wirkt so unrund irgendwie. Und ich weiß nicht, ob das Absicht ist, weil gerade dieses Groß ergibt irgendwie, also ich weiß nicht, das ergibt keinen Mehrwert irgendwie. Weil das ist keine gebrüllte Situation oder so. Ist ganz besonders schräg. Und insgesamt finde ich, ist es einfach eine Reihe, die vermutlich nie als Reihe geplant war, die, als sie damals rausgekommen ist, 82, ganz sicher mega eingeschlagen ist. Und ganz sicher ist das Ding auch nicht ohne Grund ein Meilenstein des Genres, das auch ganz sicher viele folgende Sachen geprägt haben dürfte. Aber so insgesamt hat man ja inzwischen aktuell auch eine Menge dystopischen Scheiß zu lesen. Der ist auch nicht schlecht. Und mit den inzwischen Lesegewohnheiten der Lesenden, die es jetzt so gibt und den Dingen, die man jetzt so bekommen kann, ist es einfach nicht mehr zeitgemäß. Man muss es also ein bisschen als Kind seiner Zeit begreifen und so einordnen. Ich würde das nicht Lese, also Anfängern empfehlen, weil warum auch, gibt es einfach Besseres. Und eher so ein bisschen, wie gesagt, als ja einen historischen Kontext sehen, als Kind seiner Zeit, als letztlich eine Parabel auf die gesellschaftlichen Zustände damals, wie ja eigentlich auch heute. Auch heute gibt es verschiedene Schichten der Gesellschaft und die Reichen ruhen sich auf den Armen aus und die Armen leiden unter absurdesten, abwegigsten Situationen und so. Ich denke, so muss man das interpretieren. Aber ja, wie gesagt, der Lesefluss ist mir einfach zu unruhend. Das Frauenbild, also überhaupt, das Liebesbeziehungsbild funktioniert für mich gar nicht. Und 82 hat man sich die Zukunft sicher noch ein bisschen anders vorgestellt. Also man sich heute vorstellt, so ist das eben bei Science Fiction. Die hat sich irgendwann überholt. Im Januar 2022 erscheint dann der finale Abschlussband. Das ist quasi der vierte Band, der eigentlich die Band 2 und 3 abschließen wird. Trägt den Titel Terminus. Ich weiß nicht, ob ich es lesen würde. Tendenziell wegen des Artworks. Ich habe nach Band 3 aber auch irgendwie nicht so richtig ein Bedürfnis, da jetzt nochmal was zu bekommen. Band 3 endet so, wie so eine Geschichte eigentlich enden muss. Und ich habe jetzt kein Bedürfnis eigentlich auf dem vierten Band. Ich weiß nicht, ob ich den bräuchte und weiß auch nicht, ob ich den bedingungslos empfehlen würde. Snowpiercer weiß ich, Patrick, die Handlungen, die Story, so kennst du, du kennst ganz sicher den Film, kennst du auch die Serie? In die Serie habe ich reingeschaut, habe da aber auch so ein bisschen das Interesse verloren, weil da gibt es dann so einen gewissen Handlungsstrang, den hast du auch in den Comics. Da ist dann ein Detektiv am Ermitteln und das fand ich halt ein bisschen arg aufgesetzt, dass da jetzt noch diese urgroße Verschwörung in diesen apokalyptischen Endzeitzug entdeckt werden muss. Und es wurde halt auch da in der Serie mit so gewissen Soap-Elementen beziehungsweise Beziehungen gestreckt. Also das ist mir schon in der Serie aufgestoßen, weswegen ich die Serie dann irgendwann abgebrochen habe, obwohl der Cast eigentlich gar nicht mal so verkehrt ist. Aber an sich hat mich das halt wirklich nicht so gepackt, wie zum Beispiel der Film von Bong Joon-Hu, der halt echt so ein bisschen wie The Raid im Zug ist und damit einfach ein schnelleres, stimmiges, apokalyptischerer Endzeit-Action-Film ist und dadurch wahrscheinlich am meisten Laune machen dürfte. Das ist genau richtig. Also ich würde auch wirklich, glaube ich, am ehesten noch den Leuten empfehlen, die von Serie und Film nicht genug kriegen konnten, die sich ja auch schon inhaltlich unterscheiden. gewisse Parallelen aufgrund des Settings haben, aber die Bücher, also die Comics erzählen auf jeden Fall nochmal was anderes und du hast jetzt von einer Verschwörung oder so geredet, das ist zum Beispiel in Band 2 und 3 spielt das auch eine gewisse Rolle. Das kann ich jetzt mal als einen Punkt mal rausnehmen aus der Handlung, die ich ja letztlich überhaupt nicht erklärt habe bis jetzt. Da gibt es natürlich Leute, die waren noch nie draußen, also die meisten waren noch nie draußen, warum sollte man noch raus wollen in ganz viele Minusgrade und da vor sich hin sterben und die glauben zum Beispiel, dass sie eben nicht an Bord eines Zuges wären, sondern an Bord eines Raumschiffs. Kosmoisten oder Astroisten oder so und die sehen halt ein Zeichen dafür, dass sie eigentlich im Weltraum rumfliegen. Also sind quasi Querdenker beziehungsweise eben so alternative Fake-Menschen halt und das finden die, das ist interessant, weil diese, sag ich mal, Menschen, die gibt es ja, gab es ja offensichtlich schon immer, die gibt es ja bis heute. War das mit diesem Verschwörungskram auch so in der Serie? Zum Großteil ja, also wir haben hier einen farbigen Ermittler und Jennifer Connelly ist quasi so diejenige, die das Ganze scheinbar managt und die diesen Detective dann quasi anheuert, um da so gewisse Aktivitäten zu unterbinden. Also ja, da gab es auch gewisse Gruppierungen und Verschwörungen und Leute, die quasi gefroren in Gewahrsam genommen wurden, weil sie eben ordentlich Scheiße gebaut hatten. Aber es war mir halt echt eine Spur zu konfus und ich höre raus, das ging dir beim Comic nicht anders. Genau, ich würde tatsächlich so weit gehen und von handwerklichen Fehlern sprechen beziehungsweise von unausgereiftem Erzählstil und das muss ich, glaube ich, weil das ist der einzig verbindende Faden, wie gesagt, auf den Zeichner zurückführen, dem wir bei zwei, drei und jetzt auch vier ja dann im Endeffekt zu verdanken haben. Ja, ich würde es aber auch darauf zurückschieben, dass man gemerkt hat, oh, das ist jetzt ein Erfolg, das muss man jetzt weiterführen, das ist ja auch bei einer Serie wie Walking Dead oder eben Snowpiercer, sobald du mehr Folgen machst, da wird das irgendwie auf irgendwelche unnötigen Arten und Weisen gestreckt und mit solchen Filler-Material kriegst du halt unnötige Handlungszöpfe, die serienbedingt dann eben auch da reinfallen und ich gehe davon aus, dass nicht jeder Handlungsstrang dann optimal gelöst wird. Andi, wie sieht es bei dir aus, interessiert dich das? Also ich habe den Comic nicht gelesen, ich habe mal reingeblättert, also ich hatte den mal in der Hand, ein Freund hatte den und eine alte Ausgabe, eine alte deutsche Ausgabe noch, war glaube ich auch so ein Sammelband, wo alle drei drin waren. Ich habe den Film gesehen halt damals auch, als er rauskam und mochte den auch und die Serie habe ich nicht geguckt. Naja, also wie gesagt, ich habe den damals schon in der Hand und irgendwie nicht gelesen, also damals hat es mich anscheinend schon nicht so gereizt, ihn zu lesen und jetzt deine Beschreibung macht es nicht besser. Vielleicht ist es hier auch so, also du hattest das kurz irgendwie so mit erwähnt, dass der Comic vielleicht eine eine gewisse Stellung als Klassiker hat, der Sachen inspiriert und so. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, also ich weiß gar nicht, ob der Comic überhaupt ohne den Film jetzt so richtig hohen Bekanntheitsgrad hat und ob der wirklich Fans hat oder so. Also ich habe noch niemanden richtig über den Comic reden hören, ohne dass es eben hieß, Mensch, ich habe den Film gesehen, jetzt lese ich mal den Comic oder so. Vielleicht ist das in Frankreich anders, das kann sein, vielleicht hat er da einen anderen Status. Vielleicht ist es aber auch hier tatsächlich mal wieder so der Fall, dass eine nicht so dolle Vorlage eine bessere Adaption hervorgebracht hat. Gerade im Film gibt es das ja häufiger, dass Filmklassiker auf Büchern basieren, wo das Buch selber nicht so dolle ist, aber der Film halt sehr, sehr gut geworden ist. Also ich habe jetzt lange nicht an den Comic gedacht und habe jetzt auch keinen großen Ansporn, das nachzuholen. Also ich werde den jetzt sicherlich nicht lesen. Und Breedstorm, ist das was für dich? Oder ist das zu wenig Zweiter Weltkrieg? Ja, Apokalypse oder Post-Apokalypse finde ich ja ganz gut, aber nachdem du es eben so beschrieben hast, reizt es mich halt doch sehr wenig. Ja, super. Gut, dass wir das besprochen haben. Patrick, dann ist dein Moment gekommen. Deine zweite Besprechung ist am Start. Jawohl. Also ich habe hier die Witcher Deluxe Edition Band 1. Das ist ähnlich aufgemacht wie die Geschichten aus dem Hellboy-Universum-Bände, nur nicht ganz so umfangreich. Passenderweise hat Mike Mignola da auch das Cover zu beigesteuert. Und wir haben hier eine Sammlung an Geschichten über den Hexer. Also die zwei, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind, sind die Story Fuchskinder und Fluch der Krähen. Fuchskinder deshalb, weil das so eine lose Adaption ist von einem der Witcher, äh, von einer der Witcher-Stories aus dem Buch. Es geht halt um so eine Art mystische Füchsin. Füchse klauen in dieser Witcher-Mythologie Elfen die Kinder, erziehen sie und machen sie quasi dann zu quasi Fuchs-Mensch-Kind-Hybriden. Und ja, die Gruppe, bei der Geralt in diesem Moment auf dem Boot ist, die haben so ein Fuchskind quasi gekidnappt und diese Füchsin, die macht jetzt Jagd auf die. Im Buch ist das so eine 40-50-seitige Mini-Story und in den Comics hat man da jetzt so eine fünfteilige Story gemacht und dadurch haben sie es meiner Meinung nach auch ein bisschen verwässert. Das Besondere an dieser Story im Buch war eben, dass die auf diesem Boot festgesessen haben, während die Füchsin alles unternommen hat, das Kind wieder zu kriegen und auch die Crew von dem Schiff richtig traktiert hat und sogar einen Geralt hatte da Schiss. Also dass man so das Ausmaß von dieser Katastrophe, die sich da anbahnt, dann wirklich begriffen hat und das eher wie so ein Horrorfilm-artiges Kammerspiel war. Und hier im Comic hat man jetzt das Ganze so gemacht, dass da ein paar Zwischenstops in sumpfigen Landschaften noch gemacht werden müssen, bei denen sie noch von anderen Monstern attackiert werden müssen, wodurch diese Bedrohung von der Füchsin nicht mehr ganz so episch war oder so furchtanflößend, wie es im Buch eben war. Aber es wurde auch von einem Hellboy-Veteran adaptiert von Joe Quirio, der hat auch aus dem Hellboy-Universum einige Storys gemacht und dadurch wirkt das Ganze schon auf seine Art stimmig. Macht Spaß, es ist nur meiner Meinung nach ein bisschen arg langgezogen. Da hätten es vielleicht ein, zwei Kapitel und nicht fünf Hefte durchaus getan. Und die zweite Story, wo ich gesagt habe, die war auch noch cool, war der Fluch der Krähen. Das ist auch so auf fünf Episoden ausgestreckt. Da ist der Wiedererkennungswert zu den Games noch mit am größten. Da jagen Geralt und Yennefer zusammen mit Ciri dann auch ein etwas größeres Monster. Und wer das aus den Games noch nicht weiß, Geralt und Yennefer sind sogenannte Hexer. Also die sind dadurch, dass die Hexer wurden unfruchtbar und können quasi kein Kind kriegen. Und Ciri ist auch im Verlauf ihrer Story zu einer Hexerin geworden und die haben die beiden quasi als Ziehkind aufgenommen. Und wie es sich dann gehört für so eine schräge Patchwork-Familie lernen die ihr halt auf behutsame Art wie sie Monster killen soll oder kann und wollen sie halt trotzdem irgendwie beschützen. Dadurch hat das wirklich so eine Art sehr, sehr zynischen väterlichen Humor und dass man jetzt diese düstere Schräge aus dem Witcher-Universum auslässt. Also die Story hat mir auch ziemlich Spaß gemacht, gerade wegen diesem Wiedererkennungswert und gerade weil das noch mit am meisten so diesen Charme der Witcher-Reihe wiedergibt und diesen schrägen Humor. Also Witcher ist wirklich so eine Reihe. Da hat man am Anfang recht kitschig wirken eine Welt, in der irgendwann so eine Art zynsityartiger Zynismus getreten ist. Also viele bekannte Legenden werden dann irgendwie entweder komplett auf den Kopf gestellt. Es gibt da auch eine sehr schräge Version von Schöne und das Biest wo das Biest quasi so das Opfer ist, das von Belle schikaniert wird. Oder auch die Story vom Blutgrafen aus den Games. Da gibt's wirklich sehr schöne, düstere Storys und im nächsten Moment gibt's dann wirklich Seitenhiebe auf die Fantasy-Welt, indem man dann auf einmal den Passierschein 38 sucht oder sonstige nette Gimmicks. Ich war halt durch diesen aktuellen Witcher-Anime-Film auf Netflix angefixt, hab mir dann den Band gegönnt, unter anderem wegen Mike Mignola und mich hat der Band wieder so weit in die Witcher-Welt zurückgeholt, dass ich dann angefangen hab, die Bücher weiterzulesen, weil das dann irgendwann durch Corona ein bisschen pausiert wurde und ich da einfach nicht mehr den Nerv für hatte und jetzt hat mich das Buch wieder so weit gebracht, dass ich Witcher 3 die Add-ons weitergezockt hab und eben auch in der Buchreihe weitergelesen hab, ist nicht so perfekt wie die Bücher, ein bisschen der Zynismus fehlt mir noch, beziehungsweise nee, am besten ist bei Witcher tatsächlich Witcher 3, aber die Bücher machen auch Spaß und hier kommt man auch auf seine Kosten, wenn man in der Witcher-Welt verankert ist, weil dann sorgt man das halt auf wie ein Schwamm, weil es einfach eine schönstimmige Welt ist, in die man immer wieder zurückkehrt, obwohl der Autor nie diese Welt klar ausdefiniert hat oder eine Landkarte dazu gemacht hat, das kam dann erst mit Witcher 3 oder den anderen Games. Das sind ja, also wenn ihr es richtig verstanden habt, sind ja verschiedene Geschichten, ich hab jetzt ja auch durch die Leseproben gescrollt und so und ich weiß nicht genau, welche Geschichte, das ist vermutlich die erste, aber das also so richtig hübsch ist es nicht, gell? Das wird die erste Story gewesen sein. Das ist quasi eine komplett ausschließlich flächige Kolo, das ist auch so, es ist nicht schön, sorry. Also wenn du da die erste Story meinst, also es gibt vier unterschiedliche Storys, ich fand nicht bei allen Storys war dieser Wiedererkennungswert so gut gegeben, deswegen hab ich mir die, wo mir auch das Artwork noch am besten gefallen hat, rausgepickt, war im Glashaus und beim Monstertöten, da war mir das Artwork auch nicht so gelungen, da war auch der Wiedererkennungswert meiner Meinung nach nicht so hoch. Man hat trotzdem ganz gut die Stimmung wiedergegeben, aber die ersten beiden Storys haben mich auch nicht so ganz gehuckt, muss ich dazu auch sagen. Ist aber ein richtig dicker Klopper, ne? Klar, 50 Euro, aber das sind noch was? 444 Seiten, das ist schon echt übel. Witcher-Fans haben circa 70 bis 100 Stunden in Witcher 3 verbracht, schon allein. Also da ist das quasi harmlos dagegen. Verstehe. Es gibt ja auch noch diese anderen Witcher-Comics, auch bei Panini, die werden auch im Bundle verkauft, ich weiß nicht genau, was da jetzt da unterschiedlich ist, wahrscheinlich ganz andere Leute und so eine Art Haupthandlung dann, kennst du die auch? Ich hab da mal reingelesen, das waren immer so lose Stories und wenn ich das richtig verstanden hab, war die Deluxe-Edition so eine Sammlung von den ersten 3-4 Bänden, diese Panini-Witcher-Comics. Also das ist jetzt quasi so die Hardcover-Version, wenn ich das richtig verstanden hab. Okay, das glaub ich dir jetzt einfach mal, du hast halt die Ahnung. Nice, weil das gibt's als Bundle nämlich zu kaufen, 4 Softcover, aber das ist für 67, also 68 Euro. Okay, das andere hier sind Curse of the Crows, Fox Children, House of the Glass. Ja, das hab ich eben angesprochen. Genau, das sind die von dir genannten. Okay, bin da ein bisschen überfordert, wenn ihr was genaues wisst da draußen, sagt man, doch genau, das könnte aber passen, Wehrfüchsin und so, das kommt schon hin, glaub ich. Ja, Breastorm, du bist auch Gelegenheitszocker, hast du die Witcher-Sachen mal gespielt? Also du musst nicht gleich beleidigend werden, Gelegenheitszocker, dieses Level hab ich schon lange überschritten, würde ich sagen. Also Witcher hab ich tatsächlich mit allen Addons auch durchgespielt, ja. Ich hab auch einige Bücher gelesen, was so die Bücherei hergegeben hat, aber genau aus demselben Grund wie Patrick sag ich, mein Bild von Witcher hat Witcher 3 am meisten geprägt und mit Absprächen noch Witcher 2, was ich danach gespielt hab und diese super passende Optik, diese Atmosphäre, die Darstellung von den Figuren, das kann für mich nichts ersetzen, deswegen war ich auch von der Serie nur teilweise begeistert, also erstmal hat sich gefreut, dass die Serie kommt, aber trotzdem, ich hatte immer die Spielfiguren im Sinn und das kann für mich nichts ersetzen, also es kann vielleicht irgendwann mal Witcher 4 ersetzen, aber sonst nichts. Auf die Serie freu ich mich tatsächlich aber auch, weil das eine Adaption der Roman ist und weil das mal ein Einstieg ins Witcher-Universum war und dann hab ich da dran direkt Teil 3 angeknüpft. Es geht schon los, dass der Geralt von Riva in der Serie einfach viel zu hübsch ist, also ich will nicht sagen, er sieht im Spiel schlecht aus, aber er ist einfach verlebter, er ist älter, er ist kaputter und diese Knabe, möchte ich dir mal sagen, aus der Serie, es tut mir leid, das ist nicht Geralt von Riva für mich. Das ist nicht mehr mein Geralt von Riva. Ihr meint jetzt nicht Henry Cavill, oder? Als Knabe. Den meint er anscheinend schon. Ja doch. Du meinst den Typen, der Superman spielt, als für einen Knaben. Im Vergleich zum richtigen Geralt von Riva aus dem Spiel, wie ich ihn mir vorgestellt habe und wie er auch in den Büchern beschrieben wird, also er wird nicht als hässlich dargestellt, aber auch nicht als hübsch und er ist einfach viel zu hübsch für diese Rolle, finde ich persönlich. Ist ähnlich wie bei Tyrion, der bei Game of Thrones mal fast das halbe Gesicht verliert. Und Peter Dinklage verpasst man dann halt so eine Narbe über das halbe Gesicht. Es entstellt ihn nicht wirklich. Der Witcher, den man aus den Büchern und aus den Games kennt, der ist halt über den ganzen Körper ziemlich vernarbt. Da stimme ich schon zu. Was mir halt auch an dem Comic gefallen hat, ist so diese Entdeckung der Mythen und Legenden. Das erinnert mich sehr an Hellboy mit diesem düsteren Kniff, also gerade bei Fuchskinder, das hat mich sehr an diese Grabstory bei Hellboy an der Leichnam erinnert. Und der ist auch ähnlich drauf wie Hellboy, ähnlich abgefuckt, ähnlich zynisch, nur dass Geralt halt immer wieder auch Sex hat. Das ist so der Unterschied zwischen ihm und Hellboy, würde ich sagen. Das ist natürlich auch ein großer Faktor, warum man sich, glaube ich, auch mit diesem Spiel sehr, ich will nicht sagen, identifizieren kann, aber es ist halt ein Spin, was nicht viele Spiele haben. Ja, das stimmt. Wie damals bei GTA, diese Hot Coffee Mod. Nee, da konnte man doch auch neben Sexarbeiterinnen halten und die in sein Auto einladen. Egal, aber ich glaube, bei Witcher, die, das ist ja alles absolut freiwillig, glaube ich, weil der einfach so geil ist. Das basiert meistens auf Gegenseitigkeit, genau. So, jetzt hier noch I'm gonna toss a coin to our Witcher. Andi, ist es was für dich? Ich musste mir gerade, habe ich so ein bisschen in mich hineingeschmunzelt, weil meine, meine Freunde vom Hideous Energy Podcast, ähm, David, der größte Hellboy-Fan, den ich kenne und die haben, äh, irgendwann immer so andere Comics, die, die wie Hellboy sind, ähm, dann immer beschrieben als The Goon zum Beispiel, war für sie This Hellboy has a hat und ein anderer Comic war This Hellboy is a robot und Witcher scheint jetzt zu sein This Hellboy has sex. Ich hab zu Witcher, ich bin vollkommen raus, also ich, ich weiß natürlich, was das ist, ich kenne das, ich weiß, dass es da die, die polnischen Bücher gibt und dann die Videospiele das groß gemacht haben und Serie und alles und blie und blü und bla. Ich hab nichts davon konsumiert, ich hab wahrscheinlich mal einen Trailer zu der Serie gesehen, äh, aber ansonsten bin ich da vollkommen raus, äh, äh, das Einzige, was ich mir wahrscheinlich mal anschauen werde, ist, wenn nächstes Jahr der Comic rauskommt, den Jonas Schaaf gezeichnet hat, das ist dann mein Zugang zum Witcher-Universum, aber bis dahin, äh, hab ich dazu keine Meinung und keine Erfahrung. Jonas Schaaf muss also wieder hier die Einstiegsdroge für dich sein, alles klar. Jo, nice, also ich, ganz ehrlich, puh, ähm, nee, das Artwork spricht mich jetzt alles andere als an und ich glaube, ganz im Ernst, das werde ich dann einfach mal knicken. Jo, also ich glaube, in der Reihenfolge ist dann jetzt wieder der Breedstorm dran, richtig? Ja, weiter geht's mit der nächsten Biografie. Und diesmal handelt es sich um Kafka. Wir sind ja eigentlich alle Freunde dieser Literatur-Epoche, Anfang des letzten Jahrhunderts. Äh, Patrick natürlich mit Lovecraft, dann Poe ist natürlich auch ein Name, der da rein spielt. Ähm, wir haben Robert E. Howard, der, den ich noch in diese Phase mit reinziehe und natürlich auch Kafka, der es geschafft hat, aus seinen Namen ein eigenes Attribut, nämlich das Kafka-eske zu generieren oder es wurde generiert nachträglich. Dieser Band von Reprodukt ist gar kein richtiger Comic in dem Sinne, sondern wir haben hier eine, einen Autor, der nennt sich David Zane Mayrowitz und gezeichnet hat das Ganze Robert Crump. und, äh, es gibt keine klassischen Panels in dem Sinne, sondern es sind immer wieder Texte, die von Bildern durchbrochen werden. Das ist eigentlich nicht so mein Ding, weswegen ich sage, ich möchte einen Comic lesen und habe dann sowas auf den Tisch, aber hier passt es hervorragend und ausgezeichnet gut, was natürlich auch an den Zeichnungen von Crump liegt, aber auch aus der guten Erzählweise von dem Autor Mayrowitz, von dem ich vorher noch nichts gelesen hatte. Er beschreibt die Lebensgeschichte sinnvollerweise von Kafka, baut aber auch immer wieder Storys ein, die Kafka geschrieben hat, also jeder kennt ja wahrscheinlich der Prozess, das ist zum Beispiel drin oder auch die unvollendete Story von ihm, das Schloss, ist mit enthalten und das Ganze wird dann immer wieder gezeichnet von Kafka und immer wieder werden Parallelen angezeigt zu dem Leben von Kafka und in welcher Phase seines Lebens er diese Erzählungen verfasst hat. Was dabei bemerkenswert ist, ist, dass es natürlich eine Phase des großen Umbruchs ist. Kafka war ja tschechischer Jude, aber deutschsprachig und war auch als deutschsprachiger Autor bekannt und in seiner Lebensphase ist ein Ereignis eingefallen, das war der Erste Weltkrieg, wo er nicht dran teilgenommen hat, aber am Ende des Ersten Weltkrieges ist Österreich-Ungarn zusammengebrochen, also die Habsburger Monarchie und das haben die Tschechen zum Anlass genommen, sich davon loszusagen und in ihrem Land, wie soll ich das sagen, mal so ein bisschen aufzuräumen, auch da gab es Nationalisten und aus dieser amerikanischen Sichtweise, wie der Autor das beschrieben hat, war das für mich ganz interessant, weil das eine Epoche in der Tschechoslowakei oder in Tschechien, je wie man das nimmt, ist, von der ich noch nie was gehört hatte. Also in unserem Geschichtsunterricht ist natürlich sehr deutschlandzentriert, weil es gerade dann in dieser Phase da auch sehr viel unrühmliche Sachen zu berichten gibt, die man natürlich vertiefen muss, aber dieser Band stellt dar, dass ja Nationalismus und Antisemitismus auch in vielen anderen Ländern Europas verbreitet war, in dieser Phase. Kafka hatte zwei Nachteile, nämlich erstmal er war deutschsprachig, die Tschechen haben in den frühen 20ern angefangen, alles was deutschsprachig ist, so ein bisschen zu vertreiben und Juden auch zu vertreiben. In dem Band steht, glaube ich, sechs Millionen Juden sind, nee, 6000 Juden verließen das Land und gingen nach Palästina durch diese Vertreibungsaktionen, weil, also wie gesagt, Kafka war deutschsprachig und dann auch noch Jude, also er war quasi für die Tschechen ein doppeltes Opfer. Und das Ganze wird auch mit historischen Zeichnungen, die Crump eingebracht hat, unterstützt, wo man solche Vertreibungsszenen sieht, aber auch auf eine bestimmte Art, wie nur Crump sie zeichnen kann. Also man sieht zum Beispiel Bücherverbrennungen, der Sachtext, dazu ist dann, deutschsprachige Tschechen wurden fristlos entlassen, aber Kafka, der Tscheche sprach und sich nie auf die eine oder andere Seite geschlagen hatte, wurde verschont. Deutsche wurden auf der Straße täglich angegriffen und ihre Geschäfte geplündert und welche Deutschen waren für die Tschechen geeignete Opfer als die Juden. Im November randalierte der Mob drei Tage lang dran in das deutsche nationale Theater und das jüdische Rathaus ein und zerstörte dort die Archive. So, und daneben finden wir zum Beispiel eine Szene, wo es eine Bücherverbrennung gibt und der Golem, also typische Prager jüdische Fabelfigur, die quasi die Juden in Prag bewacht hat, sieht man so im Hintergrund, wie der Rauch da so aufsteigt und sowas. Also das ist unglaublich gut gemacht und eine unglaublich dichte Atmosphäre und das nicht nur bei den Geschichtsepisoden, sondern auch bei den Darstellungen der Storys, die Kafka geschrieben hat. Also es gibt zum Beispiel noch das Schloss, das ist eine unvollendete Geschichte von Kafka, die ein Freund von ihm nach seinem Tod veröffentlicht hat. Kafka ist übrigens an der spanischen Krippe verstorben und die ist unvollendet geblieben und trotzdem hat Krump es geschafft, die wundervoll auch da mit Sprechblasen und etwas weniger Text als bei den Sachepisoden deutlich darzustellen. Also für mich ist das ein rundum gelungenes Buch. Zu Krump kann man jetzt natürlich wieder vieles sagen. Er ist natürlich auf der einen Seite eine Ikone des Independent Stils, also was er in den 70ern gemacht hat gerade, ist ikonisch, aber wird natürlich auch zu Recht als sexistisch, rassistisch und alles mögliche noch beschrieben. Das kann er natürlich in diese Eigenschaften, die in vielen seiner Comics dargestellt werden. Also ich weiß noch, wo ich das erste Mal relativ jung noch Fritz the Cat gesehen habe, also schon sehr verstörend, weil er gern Vergewaltigungsszenen auch darstellt. Das kann er hier nicht ausspielen. Also es kommt ab und an bei den Darstellungen von Frauen, die er immer sehr, wie soll ich das sagen, also er zeichnet den Frauentyp, den er anscheinend besonders mag. Also wenn die Frauen, wie soll ich das beschreiben, sehr stämmig sind, sehr ausladende Schenkel und so weiter haben, das stellt er immer sehr ganz gern dar. Das kommt hier auch schon mal vor, aber natürlich nicht so explizit. Also es gibt vielleicht ein oder zwei oben ohne Aufnahmen in diesem Band und der Rest wird dominiert von was anderem, was Kafka sehr gut darstellen kann. Das sind einfach die Blicke und wenn Sachen einfach so ein bisschen krank aussehen, wenn einfach dieses Kafkaeske, wenn die Realität droht sich so leicht zu verschieben, also wenn voller Angst vor dem Tribunal steht, wie zum Beispiel im Prozess und die Blicke, die auf eingerichtet sind, das kann für mich Krump hier einfach wundervoll darstellen. Das ist gerade jetzt im direkten Vergleich mit The Doors die deutlich bessere Beschreibung vom Leben und Wirken von Kafka. Jeder, selbst jemand, der vorher noch nichts von ihm großartig gelesen hat, wird danach sehr umfangreich informiert sein und wird so eine Art Best-of der Geschichten, die er verfasst hat, dargestellt bekommen. Zum Beispiel ist auch in der Strafkolonie, wo ja eine riesige Folterszene dargestellt wird, wo jemand zerfleischt wird in so einer Militär, aus so einer Tribunal- Militär- Situation heraus, auch das hat natürlich Krump genüsslich dargestellt. Das ist ganz klar. Also klare Kaufempfehlung von mir, Kafka von Reprodukt. Ist glaube ich auch erst dieses Jahr erschienen. Und ja, wenn man sich nur ein bisschen dafür, also mir gefällt es richtig gut, trotz dass es einige Sachtexte enthält. Das ist natürlich wieder mal ein ganz besonders tolles Artwork, das sieht schon echt gut aus, gell? Das können wir mal nicht anders sagen. Ich klicke gerade durch die Leseprobe. Top. Ich bin auch direkt angefixt. Andi, bei Krump, da hörst du auch mal genauer hin, oder? Ja, also Krump finde ich auf jeden Fall gut. Ich habe jetzt nicht ewig viel von ihm gelesen. Er ist nicht sein komplettes Werk, aber an sich wichtiger Zeichner, ganz klar, im amerikanischen Independent Comic und ich mag auch den Stil gerne. Breedstorm hat ein paar Schwierigkeiten angesprochen, die man so in der Rückschau mit seinem Werk haben kann. Wie gesagt, da bin ich da jetzt aber auch nicht tief genug drin, um da eine starke Diskussion drüber führen zu können, weder pro noch Contra, aber wie gesagt, seinen Zeichenstil mag ich auf jeden Fall gerne. Kafka bin ich durchaus auch interessiert. Das, was Breedstorm auch angesprochen hat, dass das jetzt mehr eine Mischung aus Text und Bild jetzt nicht wirklich ein Comic ist, das müsste ich mir dann mal genauer anschauen, wie das da gelöst ist, aber die Reaktionen von euch lassen das auf jeden Fall nach einem interessanten Buch klingen. Ja, dann vielen Dank für den kurzen Ausflug zu Kafka, lieber Breedstorm und dann ist dein Moment gekommen, Andi. So, das zweite, oder der zweite Teil in meinem Grusel-Comic Double Feature heute, Stephen King's Creepshow. Das habe ich jetzt auch ausgewählt, also diese, dieses Double Feature kam hauptsächlich dadurch zustande, dass ich neulich die Rezension von Bela Sobotke im Tagesspiegel gelesen habe, zur deutschen Neuausgabe des Creepshow Comics. Ich habe jetzt hier die amerikanische Ausgabe und dachte mir aber, na gut, dann ist das auf jeden Fall irgendwie auch was, was zumindest für den deutschen Markt aktuell ist. Also, die Ausgabe, die ich jetzt hier habe, ist 2017 erschienen bei Gallery 13. Das ist eine Untermarke von Simon & Schuster. Der Comic ist ursprünglich 1982 erschienen und jetzt gibt es eben, wie gesagt, bei Splitter die Neuauflage, deutsche Neuauflage von 2021 ich meine auch im Hardcover, die englische Ausgabe, die ich habe, ist ein Softcover. hier liegen, das ist Hardcover. Ist gezeichnet von Bernie Wrightson zusammen mit seiner damaligen Frau Michelle Wrightson und das Cover, auch hier nenne ich wieder das Cover, ist von Jack Cayman. Jack Cayman war ein bekannter Zeichner von EC Horror Comics in den 50er Jahren und der Film Creepshow, zu dem das hier jetzt die Comic Adaption in gewissem Maße ist, bezieht sich eben sehr, sehr stark auf diese amerikanischen Horror Comics der 50er Jahre, explizit eben auch wirklich die EC Comics und ja, das ganze Thema Tales from the Crypt etc. Also auch in dieser Creepshow gibt es so eine Erzählerfigur wie den Cryptkeeper, der hier eben The Creep heißt, der fünf Kurzgeschichten erzählt, die Stephen King geschrieben hat. Das sind zwei Kurzgeschichten, die er tatsächlich als Prosa Kurzgeschichten vorher auch schon rausgebracht hat und dann drei Geschichten, die er speziell für den Film geschrieben hat. Also er hat das Drehbuch für den Film geschrieben und George Romero, der hauptsächlich bekannt ist durch seine Zombie-Filme Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, der Vater des modernen Zombie-Mythos hat bei diesem Film Regie geführt. Den Film habe ich nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich vorneweg schicken. Das heißt, ich habe jetzt nur diesen Comic gelesen. Der Comic adaptiert diese fünf Kurzgeschichten. Der Film hat auch noch so eine Rahmenhandlung, wo eben ein Junge diese Comics liest und der Vater möchte das nicht und schmeißt dann diese Comics weg und daraus entspinnen sich dann eben auch irgendwie diese fünf Kurzgeschichten. Diese Rahmenhandlung gibt es jetzt in dem Comic nicht, sondern es sind wirklich einfach nur diese fünf Geschichten, die in ihrer Erzählweise eben sehr, sehr stark referieren auf diese alten Horrorcomics der 50er Jahre und mit Bernie Wrightson eben auch einen Zeichner haben, der diesen Stil sehr gut nachhaben kann. Das ist ein Farbcomic. Bernie Wrightson war einer der besten amerikanischen Zeichner und explizit dann eben auch Horrorzeichner, Miterfinder von Swamp Thing, hat eine sehr bekannte Frankenstein-Adaption gezeichnet, also hat für Filme auch gearbeitet, hat teilweise Designs für Ghostbusters zum Beispiel gemacht. Ich habe jetzt neulich mal das Remake von 13 Geister angeschaut, da stand sein Name auch im Abspann, also er ist wirklich so ein Großmeister des amerikanischen Comics und der Horrorillustration. Von daher haben sich hier für den Film ein paar Großmeister zusammengefunden, aber dann eben auch für diesen Comic. Bernie Wrightson hat auch für verschiedene Stephen King Ausgaben Zeichnungen gemacht, also der Werbung von Tucker Mills zum Beispiel für das Buch, da hat Bernie Wrightson Illustrationen dafür gemacht und noch ein paar andere Sachen. Wie gesagt, es sind fünf Kurzgeschichten, die erste heißt Father's Day, da geht es um eine Familie, in der ein Patriarch in der Vergangenheit ermordet wurde, was die Familie als sehr gute Tat ansieht, also es wurde durch ein Familienmitglied auch ermordet, aber Tote bleiben nicht auf ewig unter der Erde, sondern kommen manchmal auch zurück, um sich zu rächen. Die zweite Geschichte ist The Lonesome Death of Jodie Veril, da geht es um einen Landjungen, der einen Meteor findet, so einen Steinklumpen, der vom Himmel gefallen ist und dieser Steinklumpen ist nicht so harmlos, wie Steine sonst auf der Erde so sind, sondern er bringt einen gewissen, ich nenne es mal Fluch, ohne dass es jetzt ein super oder ein übernatürlicher Fluch wäre, aber er bringt jedenfalls Unheil über seinen Finder und das Ganze hat was damit zu tun, dass plötzlich überall Gras wächst. Die dritte Geschichte heißt The Crate, das ist auch eine etwas längere Geschichte, also die Geschichten sind durchaus unterschiedlich lang in ihrer Seitenanzahl, The Crate, da wird in einem Museum eine Kiste gefunden, diese Kiste enthält irgendwie ein Monster, das Menschen frisst und der ein oder andere möchte das vielleicht für sich nutzen, um Menschen verschwinden zu lassen. Die nächste Geschichte heißt Something to tide you over, ein Mann stellt fest, dass seine Frau etwas mit einem anderen Mann hat und möchte sich dieser beiden entledigen, aber auch hier wie gesagt totgeglaubte leben länger. Die letzte Geschichte heißt The Creeping Up on You, ein Industriemagnat der nicht so sympathischen Sorte wird von Insekten belästigt und auch hier natürlich geht das Ganze nicht gut für ihn aus. Also auch hier wieder natürlich klar, wenn man den Film mag, dann wird man wahrscheinlich auch Spaß an dem Comic haben, wenn man an Bernie Wrightson interessiert ist, ist das auf jeden Fall eine gute Empfehlung, wenn man diese alten EC Comics oder diesen Stil dieser alten EC Comics mag, ist das eine gute Empfehlung, also es ist insofern kein moderner Comic, also wie gesagt, er ist natürlich auch schon Anfang der 80er Jahre entstanden, aber auch da war er schon in dem Sinne kein moderner Comic, weil er sich eben auch schon auf Comics bezogen hat, die 30 Jahre vorher entstanden sind. Aber wenn man da einen Sinn dafür hat, für all diese Elemente, also wie gesagt, sei es Stephen King, sei es Bernie Wrightson, sei es alte amerikanische Horrorcomics oder dann eben auch so, bei uns waren es dann diese Geistergeschichten oder eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, bei Weißblech die Horrorcomics, die sich darauf auch beziehen, dann ist dieser Band auf jeden Fall auch eine gute Empfehlung. Ich habe jetzt in der Beschreibung bei Splittercomic oder beim Splitterverlag auch gelesen, dass die deutsche Ausgabe irgendwie noch so ein achtseitiges Nachwort oder irgendwie sowas enthält, das hat diese amerikanische Ausgabe nicht, also hier ist tatsächlich blank der Comic drin, ohne irgendwie was vorher oder hinterher, aber der Patrick hat ja wie gesagt gerade die, oder wie er gerade gesagt hat, die deutsche Ausgabe, also vielleicht kannst du zu der ja auch nochmal drei Worte verlieren und wenn du es gelesen hast, natürlich auch gerne mal was dazu sagen. Ja, ich habe es natürlich auch gelesen, ich habe sogar den Film gesehen, also mir hat das Ding Spaß gemacht, um direkt das mal vorwegzunehmen, ich bevorzuge bei gewissen Comics halt die deutsche Ausgabe, meistens bei Splitter, weil die auch sich bemühen, wirklich gutes Bonusmaterial beizusteuern, das ist zum Beispiel auch bei CrossCult so, dass die dann immer auch erklärendes Bonusmaterial bringen und bei diesen Interview hat man auch die Entstehung von dem Comic so ein bisschen berücksichtigt, die Einflüsse und so, also wenn man da jetzt komplett als Außenstehender da rangeht, dann weiß man danach trotzdem, wieso Marc, was sind die Qualitäten von diesem Comic und was macht den so besonders, mir hat sowohl der Comic als auch der Film Spaß gemacht, also der Comic ist wirklich so angenehm Oldschoolige Horror, ja Anthologien, wo Andi das letzte Mal noch gefragt hat, ja wo sind die Anthologien, heute stellen wir sie anscheinend vor, ich hatte damit mal einen Spaß und ja, bei dieser Pflanzengeschichte, das war so mein Favorit, im Film hat man dann auch noch einen herrlich overactenden Stephen King, der zu so einem Pflanzenwesen wird und ja, ich glaube es gab sogar Creepshow 2, vielleicht wird der dann noch adaptiert, aber das atmet wirklich so 80er Jahre Horror ein, sowohl von der Kolorierung als auch von der Aufmachung, als auch von der Art, wie die Storys erzählt werden, also wenn man Geschichten aus der Gruft Fan ist, kann man da echt einen Blick riskieren und ich finde beide, also sowohl der Film als auch der Comic haben ihre Vorzüge und haben mehr Spaß gemacht, also das hat für mich in beiden Formaten einen Mehrwert gehabt. So in diesem Bereich zu Horrorcomics, da bin ich ja nicht ganz so tief drin wie ihr und ich habe ja auch irgendwie gerade so ein bisschen Bock, diese ganzen EC-Comics, wo wir gerade auch mit Weißblech vorhin ja drüber gesprochen hatten, irgendwie auch kennenzulernen. Bei Weißblech gibt es ja nur auch zwei, drei, vier Antologie-Serien rein, die da auch laufen mit Zombies und generell deren Horrorschocker und so, den ich mir auch immer mal kaufe. Ist das alles irgendwie eins oder gibt es da jetzt auch insbesondere hier bei der Creepshow so wirklich so das Alleinstellungsmerkmal? Also wenn man sich mit EC-Comics mal beschäftigt und ich bin da jetzt auch mehr so peripher, also ich habe wenig davon tatsächlich gelesen, ich habe mich zwar damit beschäftigt und darüber gelesen, aber wenige der Comics tatsächlich gelesen. Die EC-Comics haben natürlich eine ganz besondere Stellung im amerikanischen Comic. Wie gesagt, die waren in den 50er Jahren ein Riesenerfolg und waren mit der Auslöser dafür, dass der amerikanische Comics-Code eingeführt wurde, der lange Jahre, Jahrzehnte sogar, eigentlich das Siegel auf einem Comic drauf war. Das war quasi ein Zensursiegel, das klargestellt hat, okay, diesen Comic können Kinder lesen und das hat mehr oder weniger dazu geführt, dass EC-Comics auch dicht machen musste, weil diese Comics einfach nicht für Kinder gemacht waren. Da haben einige der besten amerikanischen Zeichner mitgearbeitet, die auch von der heutigen Zeichner-Generation hoch verehrt werden, die jetzt auch nicht nur Horror-Comics gemacht haben, aber eben auch dort mitgearbeitet haben. Also hochqualitative Grusel-Kurzgeschichten, das ist sicherlich was anderes, als jetzt Horror-Schocker, was bei Weißblech erscheint, was jetzt auch ein moderner Comic ist, der sich bezieht auf Comics aus den 50er-Jahren. Sogar sagen, Weißblech versucht diese Ära zu imitieren, aber wenn man das original will, dann greift man eher zu Geschichten aus der Gruft oder eben auch zu den EC-Comics und unser bekannter Christopher Kläuber, der hat ja auch da bei diesen Geschichten aus der Gruft DVDs immer so Comics beigesteuert mit War-Comics, einfach weil die Rechte für die Geschichten aus der Gruft Comics für die zu teuer waren, also hat man einfach einen kleinen deutschen Künstler angeheuert, der dann dazu ins Booklet dann so einen kleinen Comic immer beigesteuert hat und auch die Geschichten aus der Gruft, also Michael Gaines, der dann auch später das Mad-Mail-Gesinn erfunden hat, der stand wegen einem Cover, da war ein abgetrennter Kopf, aus dem noch so ein Halswirbel rausgeragt hat, dann deswegen vor Gericht, also die Menschen wurden wegen einem Psychologen namens Warfam da wirklich angestachelt, quasi zu Comic-Verbrennungen und deswegen wurde dann dieser Comic-Authority-Code angeführt und eben in Verbindung mit diesem Wissen macht es dann eben Spaß, dann sowas Altes, Klassisches EC oder Geschichten aus der Gruft mäßiges zu lesen und sich dann an den Kopf zu fassen und zu fragen, was hat damals mit den Leuten nicht gestimmt, aber das haben wir heute auch mittlerweile wieder. Ich muss ergänzen, so klein ist der Chris gar nicht, der ist mindestens 1,888, würde ich sagen, aber ich möchte ergänzen, dass ich diesen Comic auch gekauft habe und ich würde sagen, entweder vor 30 oder vor 32 Jahren, denn der kleine Breedstorm war großer John Sinclair Fan und früher oder später kommst du dann automatisch zu Stephen King, wurde also auch großer Stephen King Fan und hab mir das Ding damals von Bastille oder so oder EHPA gab es diesen Band geholt und damals fand ich es richtig gut. Was ich bei dem Vergleich von EC zu Weißblech noch sagen würde und auch im Vergleich von Weißblech zu den deutschen Gespenster Geschichten ist, dass bei Weißblech sehr oft Humor auch eine große Rolle spielt, sei es in der Auflösung von der Story oder sei es auch bei den Zeichnungen. Also schon oftmals, was ich gesehen habe, immer auch so ein bisschen knuffig und das war bei Gespenster Geschichten aus meiner Erinnerung und von dem, was ich von EC Comics gesehen habe, ging es eher in eine sehr böse Richtung. Also da hat keiner versucht, knuffig zu sein. Auch wenn aus Gespenster Geschichten dann irgendwann durch Peter Manning dann Malcolm Max entstanden ist und das ist dann doch wieder knuffig. Ja, also ich muss sagen, von den Horror Comics, die wir hier vorgestellt haben, ist das vielleicht derjenige, den ich mir am ehesten nochmal geben würde. Natürlich geil, wenn du so ein Ding hast, irgendwie dann am besten noch signiert von irgendwem, der da vorne auf dem Cover draufsteht, das wäre natürlich top. Ja, es ist bei George Romero halt leider nicht mehr möglich. Bei Bernie Wrightson auch nicht. Ja, gut, dann kann es vielleicht noch erwischen. Danke Dann würde ich mich jetzt hier mal kümmern um den Comic Die Farbe der Dinge von Martin Punchhout. Und das ist so ein Comic, den haben gefühlt in meiner Comicblase, insbesondere auf Twitter, Instagram und hast nicht gesehen, schon echt ganz viele Menschen gelesen, ganz viele Menschen fanden es toll und als wir damals das große Interview geführt haben mit den beiden Verleger innen von Edition Moderne, da haben die uns auch gefragt, hier, wie Dinge einer von den Comics, die ich unbedingt noch lesen wollte und jetzt hatte ich im Urlaub endlich die Möglichkeit das zu tun, ich habe vor einer halben Ewigkeit mal die PDF bekommen von dem Ding und echt Leute, das ist so ein Comic, den liest du jetzt nicht unbedingt, weil der vielleicht innovativste Story hat und die ist auch richtig gut, sondern du liest den aufgrund der Stilistik und aufgrund des Designs. Martin Puncher, der ist auch durch und durch Designer, Illustrator, der ist auch bekannt für eine vom Design her genau gleich gelagerte Version einer Adaption von Star Wars. Es gibt so einen Star Wars Crawl Comic, wo du so einen entlangen Runterscrawlen kannst, wo er den kompletten, ich glaube, das ist dann die vierte Episode, glaube ich, komplett als Comic, erzählt in genau dieser einen besonderen Darstellungsform. Was ist das für eine? Was ist das Besondere daran? Diese besondere Darstellung erinnert doch sehr stark an Lagepläne. An Lagepläne, wenn du zum Beispiel in deinem Hotelzimmer stehst und von innen an die Tür guckst und dann ist da dieser Pfeil, der dir sagt, aus welchem Notausgang du rausrennen musst, wenn es brennt. Oder du kommst in einen Freizeitpark und der Freizeitpark drückt dir eine Karte in die Hand, wo welche Attraktion ist. Dann ist das ja auch von oben sehr zweidimensional, relativ flach und vor allem an vielen Fällen auch reduziert auf so eine Art Infografik. Und dieser komplette Comic hier nutzt ständig diese Infografiken auf unterschiedlichste Art und Weisen und erzählt damit dann trotzdem eine Geschichte, die interessant ist, die man auf jeden Fall zu Ende lesen will und die im Endeffekt einfach aufgrund dieser optischen Darstellung halt funktioniert. Und was geht es eigentlich? Es geht um einen jungen Mann namens Simon. Simon wohnt in London und sein Vater spielt gerne, also macht gern Sportwetten. Und weil Simon irgendwie Bock auf Geld hat, Simon ist ein bisschen verballert und kriegt es nicht so geregelt damit Geld zu verdienen und einfach sinnvolle Sachen zu tun. Er ist mit dem Alltag überfordert, er ist ein bisschen stämmig, er ist ein bisschen mitten in der Pubertät wahrscheinlich und er kriegt von einer Wahrsagerin den Geheimtipp auf welches Pferd er bei den größten großen Pferderennen wetten muss und in welcher Reihenfolge welche Pferde wo reinlaufen und kurzum er trifft voll ins Schwarze und hat eigentlich irgendeinen riesengroßen dicken ich glaube einen Millionenbetrag gewonnen. Blöd ist nur und das vielleicht noch zum Anfang Setting dass er das Geld für diesen Wettschein den er eigentlich als 14 Jähriger gar nicht hätte überhaupt einlösen können dass er das Geld seinem Vater wenn man so will geliehen hat und der Vater nichts davon wusste und deswegen zu Hause die Situation ganz übelst eskaliert und Simon deswegen quasi auf der Flucht ist beziehungsweise auf der Suche nach seinem Vater warum sein Vater plötzlich weg ist wer warum im Krankenhaus liegt und was ein großer Blauwahl damit zu tun hat das kriegt ihr schon selbst raus und das ist auch nicht unbedingt so das Highlight worüber man sich unterhält wenn man über diesen wirklich unterhaltsamen guten spannenden Comics spricht sondern es ist wirklich durch und durch diese Darstellungsform ich meine die Figuren die wir sehen die sehen wir immer aus der Vogelperspektive und sie werden uns durch verschiedene Kreise ausgemalt in irgendeiner Farbe und davon abgehend hast du so Striche und an diesen Strichen steht ein Text sowas wie die Sprechblase du hast aber zu keinem Zeitpunkt eine richtige Sprechblase du hast zu keinem Zeitpunkt sowas wie Mimik oder Gestik oder so du hast immer nur Punkte 2D Vogelperspektive die in irgendeiner Konstellation zueinander stehen mal näher zueinander mal weiter weg zueinander mal siehst du zum Beispiel bei einer Verprügelt und dann ist der eine Punkt so ein bisschen über dem anderen Punkt drüber und da drüber wiederum ist so eine Art Health Balken so ein Gesundheits Balken wie man den aus Computerspielen kennt und dieser nimmt halt ab du hast wenn es darum geht klar zu machen wie Simon von einem Teil London zum anderen Teil London läuft halt einfach so eine Art reduzierte Darstellung von Google Maps wo dann halt so ein roter Strich ist wo halt so offensichtlich langgelaufen ist und ganz viele vergleichbare situationen das ist so geil und so vielschichtig und so überraschend dass ich es hier gar nicht wegnehmen möchte es sind dann doch eine ganze Menge Seiten die uns hier insgesamt präsentiert werden ich weiß gerade gar nicht so genau wie viele es sind schätzungsweise 200 mein PDF sagt mir es insgesamt 236 als wenn also so 220 Seiten Comics sein und wir kriegen hier eben etwas Neues so präsentiert was ich in der Form noch nicht gesehen habe ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit hier auch mal diese Papierrollen besprochen wo mich halt einfach sehr interessiert hat wie funktionieren Comics wenn du unendlich lange also ganz lange zumindest rollen kannst und letztlich kannst du ja auch bei diesem Star Wars Comic der auch von Martin ist den ich eben angesprochen hatte auch recht lange sehr sehr lange scrollen und dann sowas lesen dieses das ist Infinite Infinite irgendwas du kennst Dankeschön Canvas da gibt es halt diese Wachwirk dafür und das hier ist einfach auch wieder eine Darstellungsform von Comic die auch Panels hat aber eben grundsätzlich mal anders funktioniert als das was ich schon kenne hier wird zum Beispiel auch zeitlicher Fortschritt ganz oft anders dargestellt als wir das aus einem klassischen Panel Comic kennen und das ist ganz toll und allein das ist Grund genug für mich mal Dinge zu erwähnen wirklich wie zum Beispiel ein Baumstamm dargestellt also eine Abstammung von Figuren untereinander wie stehen die zueinander die Geschichte mit dem Wal die ich nicht weiter thematisieren werde da wird das Leben eines Wals in seinen verschiedensten Facetten dargestellt und mit dieser Handlung verwoben wirkt erst wie ein Fremdkörper und spielt dann im großen Finale eine entscheidende Rolle das ist echt absolut geil was ist zum Beispiel wenn es mal sehr laut war und der Charakter in dem Fall der Simon ist zeitweise so ein bisschen benebelt betäubt von der Lautstärke wie ist das dargestellt ganz viele ganz tolle Sachen die man gelesen haben muss wenn man sich mit Comics vielleicht so ein bisschen Meta zumindest beschäftigen möchte aber das Ganze eben noch präsentiert auf eine sehr anspruchsvolle Art und Weise auf einer verhältnismäßig unterhaltsamen Geschichte das ist an meiner Stelle also wirklich eine Empfehlung für die Farbe der Dinge Breedstorm das könnte dir hundertprozentig gefallen hast du das mal an der Hand gehabt oder sagt dir das irgendwas es überrascht mich dass du mich damit assoziierst ich habe eben mal so in ein paar Vorlagen reingeguckt aber so richtig catcht es mich auf den ersten Blick nicht weil ich denke ist es ein Comic oder ist es einfach eine grafische eine grafische Sache das ist ein sehr guter Punkt und ich will auch nicht abstreiten dass es wenn man so gewisse Gewohnheiten hat auch in einem gewissen Rahmen mal Arbeit sein kann das zu lesen weil man sich zum Beispiel auch was so den Lesefluss also die Reihenfolge der Texte in was lese ich was und so da muss man sich dran gewöhnen aber nach spätestens der zweiten Seite bist du drin und dieser Aspekt einfach grafischen Geschichten erzählens in einem gewissen Rahmen ja dann es ist schon irgendwie sequenzielle Kunst aber es ist halt irgendwie flüssiger als kann ich sehr empfehlen hast du es auf Papier gelesen oder elektronisch elektronisch hätte ich auch die PDF Datei weil ich könnte mir vorstellen dass es auf Papier vielleicht nochmal ganz anders wirkt so also ich würde wenn ich es irgendwo sehen würde mal reinblättern für einen spontanen Kauf ist es ganz schön hochpreisig aber ich meine das ist jetzt schon die dritte Auflage habe ich gelesen also der Erfolg gibt dem Macher ja recht war jetzt auch vor kurzem hier in der Lesung auf einer Lesung in der Lesung auf einer Lesung in Frankfurt und ich weiß nicht ob davon noch mehrere Lesungen jetzt in der Republik sein werden aber wenn ihr die Gelegenheit habt dann guckt da mal rein so Lesungen sind immer eine super Option um da einfach auch mal einen Eindruck von so Comics zu bekommen und wie du schon sagst die dritte Auflage in meiner Bubble wurde der auch super gut besprochen da gibt es zum Beispiel so eine Szene da hat er einen feuchten Traum ein Punkt hat einen feuchten Traum das ist faszinierend und hat er dir auf der Lesung hat er dir ein Sketch von einem Kreis gemacht oder von diesem feuchten Traum diese Lesung war leider abends und da war ich familia verpflichtet konnte deswegen nicht hingehen schade das hätte ich gerne gesehen eine Originalzeichnung das hätte mich jetzt auch interessiert ich finde dieser Stil erinnert irgendwie sehr an GTA 1 und 2 wo das ja auch so dargestellt wurde nur noch mit so ein bisschen Arzi-Fazi-Aspekt das klingt wirklich total interessant der Preis schreckt mich jetzt auch erstmal ab deswegen ich weiß nicht ob ja doch reinlesen würde ich aber ob ich mir dann den Band davon kaufen würde weiß ich noch nicht mich würde es schon interessieren wie lange es dauert bis der Funke bei mir dann auch überspringt also mich hat es zunächst mit Paint an Paint erinnert Mario Paint die ersten Gehversuche im Paint also tatsächlich ist der Vergleich mit GTA diesen alten GTA Teil der ist gar nicht schlecht gerade weil es später so ein bisschen auch ja so eine Art Roadtrip gibt und so ein bisschen Thriller Aspekt ist irgendwie auch drin das ist schon ein guter Vergleich es gibt in einem gewissen Rahmen auch Action es wird auch mal eine Handfeuerwaffe bedient also der Vergleich ist gar nicht schlecht und ich möchte auf jeden Fall anteasen das ist ein wir sollen nicht immer Sex sells bei den Comic Cookies machen aber hier wird eine ganze Menge Sachen mit warmen Sauerkraut gemacht müsst ihr mal müsst ihr gelesen haben und damit haben wir den Titel für die Folge das macht mir alles Angst Andi kannst du mir vorstellen da mal einen Blick reinzuwerfen naja in der Stadtbücherei ich mag ja Zeichner ich mag ja Zeichner ich habe mir natürlich auch hier so ein bisschen die Leseprobe angeschaut und so und ich kann schon verstehen also als grafisches Experiment ist das bestimmt interessant aber das ist so wie experimentelle Literatur will ich es wirklich lesen also das ist spannend dass jemand einen Roman geschrieben hat in dem ein bestimmter Buchstaben einfach in keinem einzigen Wort vorkommt oder so aber will ich dann zwei Bücher davon lesen bin ich jetzt interessiert daran was der Comiczeichner Illustrator wie auch immer was der als nächstes macht ich werde mir werde ich einen zweiten Punkt nur mit Punkten zweiten Comic nur mit Punkten lesen die Serien die Seiten sehen für mich sehr steril aus also ich kann mir das schon vorstellen also gib mir so ein Poster so ein Poster wo eine Geschichte nur mit so Punkten erzählt wird oder so dann finde ich das schon interessant ein ganzes Buch lege ich mir nicht für 35 Euro zu also das ich würde es wie gesagt aus der Bücherei mal lesen um zu sehen wie es erzählt und was man daraus vielleicht irgendwie ableiten könnte für für anderes grafisches erzählen oder für für eher traditionellere sequenzielle Erzählung aber da weiß nicht das ist mir glaube ich ein bisschen zu intellektuell da möchte ich lieber einfach wirklich schön gezeichnete Seiten sehen und nicht nicht Diagramme für für alle die gerade auch diese preisfrage abschrecken sollte würde ich dann glaube ich doch nochmal konkret auch diesen Star Wars Comic empfehlen den ich selbst noch nicht gelesen habe ich habe nur einmal durchgescrollt unter der Webseite swanh.net und diese Abkürzung steht für starwarsanewhope.net könnt ihr den kompletten die komplette Adoption von ihm auch auf dem Handy natürlich super gut lesen und habt dann wirklich einen sehr 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 guten Eindruck davon wie einfach seine Arbeit funktioniert welche Ideen da so dahinter stecken und vor allem wie abwechslungsreich so eine Infografik letztlich aussehen kann guckt da unbedingt mal rein wenn euch das gefällt wenn ihr mit Star Wars natürlich was anfangen könnt und dann eben auch hier mit dieser letztlich ja komplett kostenlosen Comic Adaption von Star Wars was anfangen könnt dann ist unter Umständen auch die Farbe der Dinge erschienen bei Edition Moderne was für euch yo das war die aktuelle Ausgabe der Comic Cookies wenn wir richtig gezählt haben und ich zähle Specials immer als eigenständige Ausgabe war das die Ausgabe 106 ui so sieht's aus und ich glaube wir sind durchsoweit Jungs oder ja würde ich sagen dann freuen wir uns auch schon auf den nächsten Monat gucken mal wie das so dann im Detail stattfindet wer da was bespricht und wer dabei ist Andi Patrick Breedstorm vielen Dank und bis zum nächsten Mal ach wobei an euch da draußen vielleicht nochmal der Hinweis den droppe ich gern noch wir sind überall erreichbar guckt mal in die Shownotes rein da gibt's ganz viele Möglichkeiten uns zu kontaktieren insbesondere die Social Media Plattform eures Vertrauens könnt ihr nutzen ihr könnt uns gern via Signal oder Telegram auch in entsprechenden Chatgruppen folgen ist immer ganz fluffig da und macht eine Menge Spaß jetzt aber wirklich Tschüss Bye Bye Tschau Tschüss 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 Tschüss